Hallo liebe Mutsis, ganz kurze Durchsage bevor die Folge losgeht. Wir haben neue Tourdaten von meinem aktuellen Solo-Programm Zero. Und mit neu meine ich so ziemlich die letzten. Vielleicht kommen noch zwei, drei dazu, aber das, was ihr jetzt hier seht, falls ihr es schaut, und das, was ihr sonst seht, wenn ihr auf einen Link unten drückt, das sind so ziemlich die letzten Tourdaten. Die meisten davon sind schon im Vorverkauf auf www.joelvonmutsenbecher.ch Wer das jetzt nicht abtippen will, kann, wie gesagt, bei den Show Notes, also im Link unten, einfach draufklicken und dann kommt man auch da hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei einem von diesen Terminen noch dabei seid und wünsche euch jetzt ganz viel Spass mit der aktuellen Folge. So, legen wir los. Zum ersten Mal heute. Podcast. Zum ersten Mal heute, das müssen wir auch warnen. Absolut. Es hat vor Ort sicher keinen technischen Ausfall gegeben. Nein. Und ich habe schon wirklich mein... Das ist aber krass, du hast jetzt das auf irgendeiner Festplatte, und es wird wahrscheinlich nie in der Öffentlichkeit kommen, das Ausschütten von meinem Herz, aber auch natürlich, wie soll ich sagen, das Whistleblowing, das ich am Anfang von dieser Episode betrieben habe, das jetzt leider im Etho von einer Festplatte verloren ist. Hat wahrscheinlich die Schweizer Entertainment-Landschaft massgeblich verändert, wäre das je rausgekommen. Aber man wüsste es nicht, es wird nie rausgekommen, darum die Filme jetzt halt hier. Es ist... Ich habe richtige Cat-Williams-Vibes gehabt. Ja. Also ich hatte das Gefühl, jetzt wird die ganze Szene einmal... Und leider ist die Festplatte ausgestiegen, und wir haben sie nicht mehr. Aber ich bin froh. Ich bin froh, sind meine Allegations, die ich ausgesprochen habe, nicht Spaß. Haben wir deine Karriere noch ein bisschen verlängert? Oh Gott, welche Karriere? Welche Karriere? Ich frage mich wirklich, welche Karriere? Du hast gesagt, du bist kreativ an einem Punkt, wo du das Gefühl hast, es ist noch nice. Also kreativ, lustigerweise gerade nicht mega fest. Ich bin nicht mehr so viel am Schreiben wie früher. Also früher noch habe ich ja wirklich fast täglich geschrieben. Das ist im Moment gerade falsch, dass ich ein bisschen... Ja. Tritt das ein bisschen kürzer. Ich bin aber so... Gigmässig... Ähm... Onstage vor allem. Aber das... Es dauerte jetzt viereinhalb Jahre und ich gehe jetzt auf eine Bühne und ich bin nicht mehr... Ich fühle mich... Ich habe nicht mehr jedes Mal Imposter-Syndrom. Ja. Ich stand nicht mehr dort und denke mir so... Wieso sind ihr da? Wieso bin ich da? Was passiert da eigentlich? Es kommt schon noch vor. Das habe ich auch lassen. Aber es ist nicht mehr jede... Es ist nicht mehr jede Giga WTF-Moment, wo ich mir denke so, wie genau bin ich da jetzt hergekommen und so. Und es ist dann auch... Also ich bin mittlerweile auch vor grösseren Crowds mehr ich. Ja. Ich bin gestern im Zelt auftreten von tausend Leuten. Und ich bin... Ich habe mich kurz in der ersten Hälfte kurz selber ertappt, wenn ich auf der Bühne stand und merke so... Ah, ich mache das gerade. Ich sehe euch, ich mache das. Also weiss, sonst ist es einfach so ein Tunnel von... Und dann gehst du vor der Bühne und siehst so... Ah, WTF bin ich gerade aufgetreten? Ja. Weil es so ein weirder Adenalinen-Kick ist. Und gestern bin ich wirklich dort gesessen, und ich habe jemanden mit Augenkontakt mit jemandem im Publikum und dachte so, hey, ich erzähle dir gerade... Ich erzähle es gerade dir. Und das ist früher noch nie passiert. Von daher fühle ich mich wirklich gut. Ja, was ich auch sagen wollte, ist, dass Louis C.K. hat mal gesagt, man sei in Stand-up-Jahren, die sei äquivalent zu achten Lebensjahren. Das heisst, jemand, der seit 15 Jahren Stand-up macht, ist jemand, der wie ein 15-Jähriger oder eine 15-Jährige ist. Okay, das heisst, ich bin wie ein 4-Jähriger. Ja, aber das ist schon mal gut. Dann kann man reden. Aha, ja, ja, ja. Man kann gewisse Gedankengänge schon fassen. Aha, und darum hat er nach 15 Jahren Stand-up einfach vor Leuten wichsen, weil er 15 war und das entdeckt hat. Natürlich, nein, das macht Sinn. Nach 15 Jahren Stand-up ist dann so, hey, cool, darf ich vor dir wichsen, weil ich bin jetzt 15. Genau. Das macht man mit 15. Und natürlich gesagt, weil jetzt macht das irgendwie seit 40 Jahren. Ja, und jetzt schläft er langsam auf der Bühne ein, vor der Zeitung lesen, so Geschichten. Ja, ist ja klar. Nein, das macht natürlich Sinn. Ratz da ab und zu rauf und unkontrolliert weg. Ja, ja, hat Blutdruckprobleme. Es macht alles Sinn. Keine Haare mehr vorne auf dem Kopf. Ja, also ich merke auch langsam so, ich habe zum ersten Mal in meiner Karriere letzte Woche ein Gig-Angebot, bekomme ich als abgelehnt. Nice. Weil ich gefunden habe, das mache ich nicht. Das mache ich zu diesen Konditionen und diesen Auftritt und auch zu diesen Konditionen mache ich nicht. Darum spielst du nicht solo für mich. Es tut mir leid, ich kann leider nicht in Herisau in der Giggelschiene in der Giggelschiene für die 15 Minuten Opening machen. Nein, aber ich habe wie gemerkt, ich habe halt mit mir selber, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss alles annehmen, weil ich kriege sonst nichts und alles ist, ich bin schlecht für alles und es ist alles a learning experience und dort habe ich wie gemerkt, ich habe es wie abgewogen und ich habe wie gemerkt, nein, nein, das ist es nicht im Fall. Das ist es jetzt gerade wirklich nicht. Das kommt alles dazu. Das ist, ich meine, ich habe das noch lange bevor ich Stand-up gemacht habe, habe ich ja auch alles angenommen, was ich habe müssen und es haben es letztes Mal im Balz erzählt. Ich meine, da sind ja dann grossartige Moderations-Jobs dabei rumgekommen, wie zum Beispiel Eier lesen, Arlesheim und so. Ja? Und dann bist du da und dann kommentierst, wie Leute sich gegenseitig Eier zuwerfen und am Schluss machst du eine Seigeärung. Und das ist ja so, das ist ja so ein bisschen What the fuck-Moment, nicht einmal Imposter-Syndrom, sondern einfach so, ah, ich bin jetzt der Dude, den du hast dort. Du bist jetzt der Dude, wo du vor zehn Jahren mit einer Büchse Bier in Arlesheim und Dorfplatz vorbeigelaufen bist zum zum Harasserlauf gehen. Gut, dann wäre ich sechs gewesen. Ja, okay. In Stand-up-Jahr, oder? Nein, in achtem Jahr. Hast du noch einen Harasserlauf mitgekriegt? Ich habe den mitgekriegt, ja. Ja, bist du mal an einem gesehen? Nein, nein, da bin ich Kind gewesen. Ich habe den Harasserlauf mitgekriegt, ich habe aber auch mitgekriegt, wie sie ihn haben, aber verbieten, weil es so dermaßen ausgekriegt ist. Ja. Also ich habe einen Harasserlauf mitgekriegt, der hat in der Grünachtzeit geändert, glaube ich. Es ist immer in der Grünachtzeit. Man muss dazu sagen, Harasserlauf gibt es leider nicht mehr. Leider ist... Ich habe es ein grossartiges Event gefunden. Ich habe einfach mitbekommen, weil wir haben in der Nähe von der Grünachtzeit gelebt. Und das Konzept ist gesehen, man hat eine Kiste Bier und man läuft so die Pösten ab und am Ende muss die Kiste Bier fertig sein. Und man hat, glaube ich, vier Teams gehabt. Ah, was? 2024? Aber wo? Oh, Gottes Willen. Aber wo? Weg ist es. Nein, das ist nichts. Nein, nein. Das sind ja noch Guckenmusiker. Entschuldigung, ein echter Harasserlauf. Ein echter Harasserlauf? Ein echter Harasserlauf besoffene 16-Jährige, die mit einem geklauten Migros-Einkaufs-Wägel mit der Harasser am Dauersaufen sind und durchgeknacht sind. Und am Schluss sind alle tot. Ja. Und am Schluss, ich glaube, das letzte Jahr, bevor es verboten wurde, sind ja zwei Super-Pumas rumgeflogen. Wieso? Hey, Security. So quasi Präsenzmarkieren. Oder war besoffene Dornacher-Jugendliche. Das ist komplett ausgeartet. Das war so geil. Ja, aber sind es zwei oder vier Teams gewesen? Weil ein zweier Team zwölf Flaschen Bier während Rennen und in der Hitze ist halt schon schwierig, ja? Sind es zwei oder vier Teams gewesen? Das weiss ich nicht mehr. Ich habe nicht mal gewusst, dass es Teams gibt. Doch, du hast ein Team gehabt, du musst ein Harasser Bier leer saufen. Ja. Und man hätte sogar gewonnen können. Irgendetwas hast du gewonnen. Und wieso ist es verboten worden? Hey, äh... Also ich glaube, es sind wahrscheinlich ein paar Leute umgekippt, nehme ich mal an. Ja, man hat einfach Schiss gehabt. Man hat gesagt, das ist zu dieser Zeit gewesen, es ist ja Portaillon, ist ja immer so ein Thema gewesen. So hat es ja damals geheissen, du musst ja alles framen können. Und in den Medien ist dann ein Jugendlicher, die sich betrinken, hat sich Portaillon genannt. What? Ja. Und das ist ein Spanisches Wort und das heisst so quasi, man sauft nur zum saufen. Und... Okay, nein, wer sauft nicht zum saufen? Was ist das für ein bisschen? In allen Medien ist dann gestanden, die Jugendlichen, Portaillon, äh... Weißt du, so 20 Minuten Frontpage, bla bla. Und ich weiss noch, ich meine, wir sind irgendwie so 15, 16 gewesen, wir sind ja... Noch nie hat irgendjemand von uns jemals gesagt, ey, am Wochenende machen wir Portaillon. Alter, Gümannerie, Portaillon. Nein, das hat definitiv noch nie jemand gesagt. Alter, Stürzen, Batterien abknipsen, so, weisst du, das so, das hat man schon gesagt. Zichigen ausbrechen. Alte Festplatten-Reset. Das habe ich alle Factory-Reset, finde ich immer schön. Wochenende gibt es ein Factory-Reset. Das habe ich schon gehört, aber Portaillon. Nein, der Harrelauf damals, äh, damals tatsächlich auch dann noch die Überbleibsel von, vor der Hütte von meinen, von meinen Eltern an der 14er-Dramlinie. Ah, wirklich? Ja, ja, die hast du auch gesehen, Gottes Willen, oder? Das ist, das ist wirklich ganz schlimm gesehen. Nein, wie sind wir darauf gekommen? Ah, Moderation Eier lesen. Ja. Moderationen, zum Glück noch nie angefragt worden, bin ich glaube auch nicht der Typ dafür. Würde ich dir jetzt auch nicht so gesehen. Konterfah war es, also ich könnte vielleicht, also zum Beispiel, ich würde, das meine ich dort ernst, würde ich mega gerne machen, ich würde sehr gerne, es ist nicht Moderation, aber ich würde sogar gratis machen, ich würde MMA-Fights kommentieren. Ja. Nicht, dass ich es gut hatte, aber ich würde es machen, Color-Kommentating von einem MMA-Fight, würde ich mega gerne, einfach mal probieren. Ja, der Joe Rogan hat ja irgendwie die ersten sieben oder neun UFC-Cards, hat er ja gratis kommentiert. Ja, er hat vor allem Fighter-Interviews gemacht, voll. Also er hat Fighter-Interviews gemacht, dann kommentiert und hat es gratis gemacht. Genau. Ich würde es machen, es gibt einfach keine MMA-Organisation in der Schweiz, die übertragen mit Commentary, ich würde aber nicht, also ich würde nie im Leben sagen, dass es Kompetenz dazu hat. Ich würde es nie sagen, ich bin der Typ, der so kommentieren sollte, das ist nicht, was ich meine. Ich bin einfach der Typ, ich hätte gerne eine Headset haben, für zu sagen, ja, das wäre geile Overhands gewesen, weisst du, ich würde gerne, AHHHHH! Genau das. Du und ich, oh mein Gott, Alter, du und ich kommentieren in MMA, wenn es für Legenden, Alter. Man könnte ja mal ein Alternativ-Kommentary machen. Das könnten wir machen. Das können wir wirklich machen. Ja. Ich könnte vor allem, ich habe ja noch ein paar Kontakte, ich habe ja ein bisschen Fuss in der Türe bei der MMA, bei der MMA-Geschichte, durch das ich Leute kenne, die kämpfen, durch das ich in Gym... Von dem Aussehen her wahnsinnig überraschend. Durch das ich in Gyms trainiere, ich trainiere in zwei Gyms in der Schweiz, wo beide es MMA-Fighter stellen, wo regelmässig Kämpfe haben. Und dort würde mich tatsächlich mal interessieren, weil die haben teilweise die grösseren Promotions, sogar nicht einmal die grösseren, es gibt ja führende Amateur-Promotion in... wo in Allesheim, einmal im Monat, glaube ich, sogar, machen die Amateur-Fights. Das ist der Nachfolger von der Eierlese. Nachfolger von der Eierlese, so first-contact-mässige... Ich glaube, du darfst nicht mehr wie zwei Jahre Training haben und darfst null MMA-Fights haben. Das ist wirklich so der erste Kontakt. Und die machen einen Livestream, jedes Mal. Wirklich? Halt nur eine Kamera oben am Oktagon, aber es ist ein Livestream, wo ich mir denke, wenn man das ein bisschen besser würde produzieren, ich würde mich absolut sehen, das zu kommentieren. Also, hocken wir dort mal in die erste Reihe, mit zwei Head-Sets. Ja, aber auch hier in Zürich, ich habe vor einem Monat zwei Kollegen von mir gekämpft, und ich habe Tickets gehandelt, habe dann ganz kurzfristig leider nicht können gehen, ich habe mir so etwas übernehmen, aber das ist da in... Fuck, wo ist das gewesen? Altstetten in einem Hotel. Wirklich, in einem Theater von einem Hotel. Ah, ich weiss welches. Ja, und dort auf der Bühne, mega nice, 300 Leute, recht gut organisiert und die haben es auch Livestream, das ist, ich glaube, wir müssen 10 Stunden zahlen, um den Livestream sehen, wo ich würde sagen, auf jeden Fall, es ist, ich glaube, gescheiter machen, das gratis, es gibt viel mehr Exposure. Reichweite, ja. Aber ich würde fix das mal Probe kommentieren und das fände ich nice, könnte man eigentlich machen. Das Problem ist, wir sind halt beide eher Color. Wir bräuchten noch einen Play-by-Play. Ja. Also es bräuchte jemanden, der einfach wirklich Play-by-Play braucht. Irgendjemanden, der richtig eine Ahnung hat. Alter, das Dramandino. Oh, auf Italienisch aber. Das Dramandino, Alter. Auf Italienisch aber. Que Ballone und Ballone. Ich liebe die, ich habe es mir das mehrmals geschrieben. Alter, die Videos, wo der Dramandino durchdreht, weil der fucking FC Serviette von ausserhalb von 16er Granaten nimmt. Alter, das ist das Geilste. Goal! Ge-Goal! Das ist das Beste. Das Geile, was du siehst, dass er auf wirklich so als Einziger überhaupt dort sitzt, bei dem Presseplatz. Ja. Weisst? Es sind irgendwie fünf Schnäuze und einer davon ist Ah. Du hörst es wahrscheinlich im ganzen Stadion und ich bin einfach so... Oh! Que Bellissimo! Que Goalasso! Bla, bla, bla. Ähm, gut. Aber wir kommen natürlich jetzt zum neuen Pod-Konzept. Jetzt schon? Ja. Nach zehn Minuten? Da ist schon so die Luft aus. Wahnsinnig! Nein, dann geht es erst los. Das war das Intro. Okay. Wo ich mich wahnsinnig freue, weil äh... diesen Kopf verbinde ich nicht im Normalfall mit Feelgood. Und darum bin ich sehr gespannt, was bei dir jetzt da rauskommt. Hat er gesagt, ich bereite keine Feelgood-Momente vor. Dann brachen wir den Pod ab. Für die komische... Nein, was ist es? Fünf Feelgood... Feelgood eins. Fünfmal mit dem ersten. Momente oder Sachen oder was ist es? Was du willst? Was du willst? Also Feelgood eins äh... an oberster Stelle ist wahrscheinlich schon Feelgood eins wahrscheinlich schon durch äh... durch äh... 24 Stunden N24 Hitler-Dokusender, die ich gefunden habe. Das ist schon... Bei mir im Fernsehen ist es 167 und das ist einfach 24 Stunden Schwarz-Weiss-Aufnahme Dresden 1943 und äh... Maschino-Linien und so. Das ist schon. Es ist ja sehr verbreitet, dass Menschen das gerne schauen zum Einschlafen. Der Hitler-Sokos zum Einschlafen. Ja, der Hitler-Sokos zum Einschlafen. Und er schläft immer ein, bevor sie verloren haben. Genau, dass sie es im Kopf immer gewonnen haben. Nein, Feelgood Nummer eins auf jeden Fall äh... auf jeden Fall meine Freundin und meine Familie. Ah. Also meine Freundin ist Feelgood Nummer eins. Mega schön. Mit Abstand Feelgood Nummer eins. Wieso? Muss ich sagen. Sonst springt sie mich um. Nein, weil... Losst sie so Zeugs überhaupt? Ich weiss es nicht. Ah, okay. Ich weiss nicht, ob sie es losst. Äh... Vielleicht los sie es zum Überprüfen, weil ich... Wenn ich ihr sage, weisst du, ich habe mich nach meinen Feelgood-Moment gefragt. Und was ist dein Feelgood-Moment? Was ist dein fucking Feelgood-Moment? Ich weiss nicht, ich muss es losen. Nein, weil... Weil ich habe das letzte gemerkt, ich bin... Ich bin... Der Jordan Peterson würde jetzt die Hände benutzen äh... Und sagen, äh... When you meet the right woman, you know, you're aligned. You're aligned with the highest good. You bury... You bury the load. You shoulder your cross. Einfach irgendetwas, was halbwegs intelligent klingt, aber es wahrscheinlich nicht ist. Nein, aber ich habe einfach gemerkt, seit wir zusammen sind, sind sehr... organisch gewisse Sachen in meinem Leben einfach sind... äh... Funktionieren... Es sind aus mir rausgekommen, funktionieren. Also wir haben heute... Wir haben heute beim Zmittag getrun. Und ich... sage jetzt noch nicht um was es geht, aber es sind wie so... Es sind wie so ein paar Schalter umgelegt worden, wo... wo ich sehr fest glaube, hat mit ihr zu tun und mit dem Umfeld, wo ich... wo ich dort kreiert habe und mit... 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 was wir zusammen machen. Es klingt nicht so gut, wenn du sagst, man sage nicht um was es geht, weil es könnte jetzt auch einfach so genital her passieren. Aha, nein. Es ist ein Karriere-Schritt, den du und ich besprochen haben, wo ich... wo ich wie die... wo ich wie die als Berater dazugezogen habe, wo einerseits aufgrund von dem, wie ich... wie wir zusammen... wie wir zusammen auf Tour gewesen sind, sich am entwickeln ist, aber andererseits glaube ich mega fest auch aufgrund von... 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 von meiner Freundin sich am entwickeln ist, weil... ich durch sie doch sehr viel Erwachsener muss funktionieren. Das sind... das sind einfach... Ich habe das einfach gemerkt, so sie... sie... sie ist noch im einandersten im Leben. Sie ist... Ich bin noch sehr jugendlich und äh... Comedy und bis zum Zweiermorgen und blablabla... Also jugendlich ist noch... Kindlich. Ja, ich bin vier. Ich bin vier im Stand-up-Jahr. Und durch das, dass ich sie kennengelernt habe und dann halt mir auch sehr viel... sehr viel Zeit miteinander verbringen, ist dann wie so... Es ist eine andere... Es ist eine andere Verantwortung, eine andere Pace. Es ist ein anderes... Es ist ein anderes Leben. Und ich... Das färbt einfach auf mich ab und ich merke dann wie so... Ah shit, ich muss ein paar Sachen ernst nehmen. Ich muss ein paar Sachen... Ich kann nicht mehr einfach rumtödeln und rumtödeln und das hat wie kein... Das hat wie kein... äh... Platz mehr. Kein Platz. Also nicht mehr so viel Platz wie früher noch. Und was ich halt auch... Ich lerne halt auch einfach... gewisse menschliche Sachen. Durch... Durch das... Durch das... Durch das... Und darum würde ich schon sagen, viel gut eins ist sie. Ist es nicht weird, wenn man... wie merkt, dass man auf einmal erwachsen wird? Ja... Schon weird... Aber es ist genau... Ich meine ich... Ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben fange ich so an, von früh am Morgen aufzustehen zum Sachen machen. Mhm. Also ich fange an... Ich bin... Ich bin vor zwei Wochen am 4 Uhr Morgen aufgestanden zu angeln. Okay, das ist sehr früh. Gut. Ich weiss ich mein... Aber das ist ja... Das ist ja... Der... Der... Das ist gar keine direkte Einwirkung. Es ist eher so eine... Ah, du machst es so... In diesem Fall fange ich es auch an so machen. Ja... Es ist eher so eine... So eine... Eben so eine Abfarbe orientieren... Und auch... Auf menschlicher Ebene aneinander lernen... Lernen... Äh... Lernen Fehler zugeben. Lernen ehrlich sein. Lernen... Lernen... Sehr direkt kommunizieren. Lernen... Wirklich miteinander als Team... Schaffen. Im Sinn von... Wie können wir uns besser machen? Was kannst du? Was kann ich? Wie können wir uns... Wie können wir schauen, dass die Lücken... Voneinander... Es wäre jetzt falsch... Die Lücken voneinander gefüllt werden. Das ist vielleicht nicht das Sinnbild. Das ist vielleicht nicht was ich... Das ist nicht was ich meine. Das ist schon wichtig zu kommunizieren. Das ist schon wichtig zu kommunizieren. Aber ja, viel gut eins ist auf jeden Fall... Meine Beziehung... Und meine... Auch meine entfernte... Also meine Familie... Ausserhalb von der Beziehung. Einfach meine... Meine nähe Familie. Bist du ein Familienmensch? Ich würde schon sagen, ja. Jetzt mehr als früher. Ja. Früher nicht immer einfach gewesen. Wie... Wahrscheinlich jeder Mensch... Äh... Gibt es in der Jugend einen gewissen Ablöse... Prozess zu den Eltern... Und zum Umfeld, wo man dann aufwächst. Und... Ich hatte ja recht Mühe gehabt... Zeitlang... Und bin dann auch... Als ich ausgezogen bin, muss ich sagen... Habe ich dann auch... Ich würde sagen... Eine gesunde Distanz zu meinen Eltern aufgebaut. Ein paar Jahre lang. Und dann kann man nachher... Auf einem anderen Level wieder reconnecten. Ja, genau. Und jetzt reconnecten wir wieder. Und... Ähm... Mit meinen Grosseltern immer schon sehr gut. Ja. Sehr, 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 sehr gutes Verhältnis gehabt. Ja. Habe sie jetzt in den letzten paar Wochen nicht mehr so viel gesehen. Aber ich bin... Zeitlang ein paar Jahre... Einmal pro Woche bei ihnen gewesen. Ja. Bin mit ihnen in den Ferien gewesen. Wir sind 2018 zusammen nach Japan. Äh... Sie sind... Sie sind... Äh... Also ist wirklich so... Sehr nahe am älteren Level dran. Vor allem meine Grossmutter ist sehr... Ist mir sehr wichtig. Und ist auch sehr... Äh... Äh... Jemand, der mir... Geradeaus sagt, was sie blöd findet. Was sie gut findet. Und an dem kann man sich eigentlich immer sehr gut orientieren. Also wenn sie... Wenn sie ein Problem mit etwas hat, dann lasse ich zweimal an. Ja. Was ich so geil finde an Familien grundsätzlich... Ähm... Ist... Dass eben wenn man in dem Prozess ist... Also... Ich habe das Gefühl... Es passiert irgendwie bei mir so etwas wie... Erwachsen... Werden... In Anfix und Schlussstrich. Was dann geil ist... Ist... Je älter man wird... Desto mehr merkt man... In der Familie kann man zu 100%... Sich selber sein. Sprich, man ist es auch sofort. Also weisst du... Ja, dann bin ich neu. Ja... Du weisst was ich meine. Äh... Ich weiss ehrlich nicht... Ob ich weiss was du meinst... Weil ich habe gemerkt... Ich bin schon wirklich... Noch ein gutes Stück davon entfernt... Auf einem Familienfest... Ich selber sein. Habe ich noch... Habe ich noch Walls? Habe ich noch gute Wände oben? Ah Walls habe ich auch... Es kommt auch sehr darauf an mit wem... Weisst du... Aber ich merke jetzt so... Ich weiss doch auch nicht... Wenn ich meine Schwester sehe... Merke ich so... Ah... Ich bin... Irgendwann... Wieder auch der Bub... Von damals... Ja... Und habe... Je nach Person... Habe ich dann nicht so was... Das wäre eben mit mir und meiner Schwester nicht so gut... Wenn ich der Bub von damals war... Weil wir haben... Wow... Haben wir Kriege gehabt... Also weisst du... Das wäre nicht gut... Das wäre wirklich nicht gut... Weil ich und sie... Die Kinder von damals... Weil wir haben fucking Kriege gehabt teilweise... Aber sonst... Ja... Also ich finde Familie generell... Ich habe... Mein Konzept... Also mein... Mein Bild hat sich auch... Sehr verändert... Was so... Karriere... Familie... Wie plant man was... Also für meine Zukunft... Ich bin noch... Ich bin noch kein Vater... Aber so... Ich will Kinder haben... Und äh... Und es ist dann für mich auch klar... Dass... Die Kernfamilie ist Priorität Nummer eins... Und nicht alles andere... Und ich habe das Gefühl... Das ist was einem im Leben dann... Und... Das ist was einem im Leben dann auch... In die richtige Richtung orientiert... Ich glaube... Ich glaube es ist auch... Es ist auch wertvoller... Weil es ist so... Ähm... Keine Ahnung... Bei mir hast du so gesehen... Weisst du so Mitte 20... Und... Du bist die ganze Zeit am Auftreten... Und... Und... Und Zeugs machen und so... Dann romantisierst... Den Lifestyle... Von... Kein anderes Leben haben... Ausser... Tourleben... Mhm... Bist du so... Das ist es... Ich bin der geilste... Ich bin nur am Touren... Und... Wenn dann so... Etwas wie ein Privatleben kommt... Das ist einerseits Familie... Das ist andererseits eben auch Beziehung... Und vielleicht eigene Familienplanung... So Sachen... Dann merkt man auf einmal... Ah... Das ist... Das ist auch... Mega viel wert... Und wahrscheinlich noch etwas mehr wert... Weil... Ich glaube es ist mehr wert... Ich glaube es ist mehr wert... Man hat... Man hat etwas davon... Weil... Es wird... Wenn du... Wenn du nachschaust... Wieso... Ich würde sagen... Die breite Masse... Wenn dich im Leben entwickelt... Wenn du... Wenn du... Die ganze Zeit am Schaffen bist... Und auf Tour bist... Oder... Am Schaffen bist... Und im Büro bist... Oder am Schaffen bist... Und... Was auch immer dein Job ist... Am Reisen bist... Oder... Whatever the fuck... Und das kann jeder... Jeder und jede für sich selber rausfinden... Aber ich... Ich... Für mich weiss... Ich... Ich habe das Gefühl... Die meisten Menschen... Äh... Wenn du keine Familie hast... Wenn du keine Familie gründest... Wenn du keine romantische Beziehung eingehst... Und... Und... Dann wird es recht einsam... Nach... 38, 39, 40... Weil... Die meisten Leute, die du kennst... Haben das... Die meisten Leute, die du kennst... Sind dort urorientiert... Und du kannst dann schon... Am Donnerstag zu oben... Mit deinen zwei Single-Kollegen... Äh... Gehen... Bowling spielen oder so... Aber es ist dann schon... Es ist dann schon... Es ist dann schon... Nur solange sie Single sind... Nur solange sie Single sind... Und das ist halt wie so... Ich weiss auch nicht... Ich will... Ich will mit 65... Sehen, dass meine Kinder Kinder bekommen haben... Ja... Und dann können weitergehen... Und können ihnen helfen... Und können unterstützen... Und können sehen... Dass sie vielleicht etwas besser gemacht haben als ich... Und dass sie vielleicht bessere Menschen geworden sind als ich... Und die Enkelkinder noch mehr... Und ich glaube, wenn du das nicht machst... Ich glaube das... Nicht, dass das stimmt... Das ist meine Meinung... Ich glaube, wenn du das nicht machst... Dann... Dann... Dann bist du irgendwann... Dann sitzt du da... Und denkst du... Cool... Und jetzt bin ich 65... Dann habe ich mega viel Freizeit... Und kann... Segelturns machen... Und Velotouren fahren... Aber um 7 Uhr... Ist dann recht still im Haus... Und jetzt schwarz ich auch... Eine Stunde lang an der Mikrokasse... Und halt dich alle anderen offen... Und Weihnachten sind wir dann zu zweit... Und Neujahr sind wir zu zweit... Und wir feiern noch drei Geburtstage im Jahr... Und ich denke einfach so... Für mich... Existiertes Leben... Also es ist wie so... Ich habe das Gefühl... Die Leute, die sagen, sie hassen Kinder... Es gibt ja so Leute, die sagen... Ich hasse Kinder... Ich kenne Kinder... Und ich denke so... Ja, aber dann hast du irgendwas ganz Schlimmes erlebt... Weil es ist... In meinem Gefühl... Man kann sich dazu entscheiden... Keine Kinder zu wollen... Ja... Das ist bei dir... Bei dir nehme ich an... Das sagst du auch auf der Bühne... Das ist bei dir der Fall... Ja, es war eine Entscheidung... Es ist eine Entscheidung... Du hasst keine Kinder... Nein... Du bist recht lustig um Kinder herum... Ich finde Kinder super... Du findest Kinder super... Und dann gibt es aber Leute, die sagen... Ich hasse Kinder... Kinder sind nur ansteigend... Ja, ja, ja... Und ich denke so... Du hast irgendeine ganz schlimme... Du hast irgendeine ganz falsche Erfahrung gemacht... Weil... In meiner Erfahrung... Wenn du... Auch schon nur ein bisschen mit Kindern connectest... Sind sie das Lustigste... Also können sie das Lustigste und das Coolste sein... Was es gibt... Weil sie sind so echt... Wie es nur geht... Ja... Und dort denke ich schon so... Eben... Leute, die nur arbeiten... Und nur sich die Erfüllung in... In äusseren Sachen holen... Ich finde wie so... Ich sehe nicht, wie das langfristig funktioniert... Dass man happy ist... Es gibt das sicher... Es gibt sehr kreative... Nein, aber das glaube ich auch... Ich glaube, es ist ja dann auch vorgefahren... Über was definiert man sich... Oder definiert man sich dann zum Beispiel... Über den Beruf... Ich bin im Beruf das und das... Dann definierst du dich auch im Leben nur über das... Und... Meiner persönlichen Meinung nach... Es ist ja viel geiler... Wenn man sagen kann... Ich definiere mich auch darüber... Keine Ahnung... In meinem Fall... Ich probiere... Ich probiere... Natt zu sein... Und das ist für mich aber auch eine Definierungsfrage... Die dann nicht... Abhängig ist... Von der Definierung... Eben wie zum Beispiel... Was bei mir beruflich ist... Und... Ja, eben auch Definierung... Ich habe keine eigenen Kinder... Aber... Die Kinder, die in meinem Umfeld sind... Ich will trotzdem für die da sein... Das ist auch eine Frage von der Definierung... Und... Heisst nicht Definition... Oder Definition... Definierung... Vielgut 2... Entschuldigung... Es geht ein bisschen... Vielgut 2... Fuck, es sind 5, gell? Ja... Oh mein Gott... Gut, habe ich mich vorbereitet... Ich habe natürlich diverse Feelguts... Aber es ist wie so... Ich muss mir überlegen... Es ist ja schon... Mehr gewichtig... In der... 2 ist schon mehr als 3... Oder? Aha, nein... Das ist egal... Das ist völlig egal... Aha... Vielgut 1 ist halt wie eine höchste Stelle... Okay... Aber ich würde sagen... Chronologisch... Wenn dann Feelgut 2 eine zweite höchste Stelle ist... Ist es schon... Ich weiss, ob ich den Beruf in die Feelguts dreinnehmen... Ja... Also weil Comedy ist natürlich ein Feelgut... Aber es ist wie so... Aber wenn dann immer etwas Spezifisches davor... Meine Feelguts müssen wie... Ich glaube bei mir wäre es wie so... Meine Feelguts sind das Fundament dafür... Dass Comedy gut funktioniert... Ja... Comedy ist sowieso Feelgut... Ja... Aber ich sage so... Feelgut 2 ist bei mir auf jeden Fall... Sport... Und körperliche Betätigung... Weil es... Weil das ein Feelgut ist... Das ist sowieso in allen anderen... Wenn ich mich gut... Wenn ich mich gut... Wenn ich mich gut bewegen kann... Wenn ich körperlich gesund bin... Wenn ich viel trainieren kann... All die nämlich... Ausgleichendste... Der Ausgleichendste... Relaxendste... Stressresistenteste Mensch... Wenn ich das nicht kann... Dann fange ich ganz arg an zu bröckeln... Das heisst... Ein gutes Training... Erfahrung im Sport... Weiterkommen im Sport... Vor allem Jiu-Jitsu... Einen Wettkampf vorbereiten... Einen Wettkampf gewinnen... Das ist... Big Feelgood... Und das ist... Eine insane... Mentale Entwicklung... Ist es effektiv so... Dass du... In dir das Gefühl hast... Du hast so... Du hast so... Energie... Die irgendeine Ahnung muss... Und wenn du dich sportlich betätigst... Dann ist sie... Platziert worden... Im Moment gerade eher nicht... Früher ja... Im Moment gerade ist es eher so... Ich habe... Ich habe zu wenig Energie... Und ich mache Sport... Um meinen Körper... Auf einem Level zu halten... Im Moment gerade bin ich... Eher mehr müde... Eher mehr erschöpft... Eher mehr... Eben... Schlaf länger... Brauche ich mehr Rest... Also du glaubst nicht das... Was der Trump sagt... Dass... Ein Mensch eine Batterie hat... Und je mehr... Sich bewegt... Desto mehr geht die Batterie... Love it... Love it... Er sieht genau aus wie ein Mensch... Er sieht aus wie ein Mensch... Er sieht aus wie ein Mensch... Der 10 Kohlenlights am Tag trinkt... Und sich denkt... Dude... Wenn ich Sport mache... Ist es nicht gut für mich... Weil dann geht mein Batterie Level... Irgendwie mehr runter... Und zwar... Ein lebenslanges Batterie Level... Ja... Ja... Das macht natürlich Sinn... Ich würde aber erklären... Wo man jetzt noch so viel Energie hat... Weil er hat sich ein Leben lang nichts gemacht... Ich meine... Er hat Golf gespielt... Und Pornostars... Bums... Ähm... Einmal eine Woche... Zur Zeit... Vielleicht eine Stunde am Stück... Und... Ich bin weit entfernt von den Zahlen... Die ich früher noch gemacht habe... Gewichtstechnisch... Ausdauertechnisch... Kilometertechnisch... Einfach generell... Ich bin im Moment gerade sehr... Out of shape... Beziehungsweise... In einem sehr gemütlichen Maintenance... Dilly dally Level... Aber auch dann... Ist es wie... Ich komme dann von einem Training nach Hause... Ich habe... Zum Beispiel heute zurück in Sparring... Gehe ins Sparring... Und ich weiss... Danach gehe ich nach Hause... Und ich habe so... Alter... Alles, was mich vorher gestört hat... Ich habe so... Es ist alles nicht so schlimm... Es ist alles... Es ist okay... Also... Jiu Jitsu Sparring... Ja... Ja... Hätte man... Ich habe noch nie Jiu Jitsu gemacht... Hätte man dort ab und zu... Stimmt nicht... Jedes Mal im Backstage... Sprawlst... Und machst einen Takedown bei mir... Also es ist wie so... Okay... Also... Sprawl... Eine gute Translucent-Belt... Habe ich sicher... Translucent-Belt... Aber... Hast du das... So wie du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast... So wie beim Auftreten... Gestern... Hast du doch irgendeinen Moment gehabt... Wo du auf einmal mal so... So ein bisschen da gewesen bist... Und gecheckt hast... Ah, schau jetzt... Ich erzähle dir das doch gerade... Hast du beim Jiu Jitsu... Also einen Moment... Wo du irgendwann denkst... Jetzt ist gerade meine Nase... Bei einer Arschritze... Weil das würde mir passieren... Es kommt auf die Intensität vom Sparring darauf an... Ja... Wenn ich gegen gute Leute Sparring mache... Die mich kaputt machen... Äh... Dann kommt es schon mal vor... Dass ich so verumpfelt... Noch in der League... Und spüre... Wie jetzt der Joke zugeht... Und mir einfach denke... So... Alter... Also was mache ich jetzt da genau... Ja... Warum gebe ich mir... Ich könnte einfach daheim sitzen... Und fucking Lost schauen... Weisst du was ich meine... Ja... Ich könnte daheim sitzen mit einem... Anstatt hier Lost ziehen... Ja... Ein Pack Flips in der Hand... Ein Pfiffchen in der Hand... Also weisst du... Ich könnte einfach... Anführungszeichen... Gute Zeit haben... Ähm... Das kommt schon vor... Dass man wie so... Eben unter jemandem liegt... Der verschwitzt ist... Und äh... Es gibt ein Ding... Es gibt ein Move... Der heisst... Mami's Milk... Wo... Es ist keine Submission... Im technischen Sinn... Sondern es ist... Man wird gemountet... Und dann hebt jemand... Dein Kopf von hinten... Ja... Und drückt auf deine Nase... Eben in die Brust... Und hebt die zu... Und wenn jemand... Gross und Bleib ist... Du kriegst keine Luft... Du bist da... Und hast so... Verschwitzten Rash... Oder am besten noch gar nichts... Offene Geijacke... Einfach... Eine hohrige Brust... Und es ist... Das ist... Einer von den schlimmsten Moves... Was gibt... Weil es ist keine Submission... Und es ist auch... Absolut verpönt... Dem zu tappen... Wenn du... Wenn du... Wenn du... Wenn du... Oder ein Öveli... Wenn du beim Öveli tappst... Klar... Jeder weiss... Dass es ein schlimmer Move ist... Es ist... Wenn du keine Luft kriegst... Du musst ja tappen... Kannst du das nicht machen... Aber wenn du beim Öveli tappst... Dann bist du wirklich... Einfach... Ehrer genommen... Ist es dann verbessert... Bei einem Öveli... Wirklich bewusstlos zu werden... Der Punkt ist... Du wirst nicht wirklich bewusstlos... Es ist so ein unangenehmes Gefühl... Du kriegst so halbe Luft... Du schnuffst Wasser ein... Du wirst schon verhusten... Ich habe schon bei Öveli tappt... Und dann ist wirklich... Der Typ ist aufgestanden... Er sagt... Aber nicht bei dem bitte... Also... Er weiss... Dass er dich tappt hat... Und er weiss... Dass du tappst... Weil du nicht ein Pussy bist... Aber sie ist so... Also lieber gibst du ihm einen Bananasplit... Bietest du ihm den an... Und das sind dann schon so die Momente... Wo ich mir auch denke... So gut... Also was mache ich jetzt da... Aber so... Das geste ist eigentlich ein Erfolgsmoment gewesen... Also das geste ist eher ein Moment gewesen... Ja aber ich meine... Ich meine mehr so... Auf einmal kriegt man die Aussensicht... Weisst du... Ich würde mir vorstellen... Sobald ich würde... Eben in irgendeinem... In irgendeinem komischen... Guard... Und Submission... Keine Ahnung was... Würde ich auf einmal so die Aussensicht kriegen... Und denke... Ah... Schau jetzt wie... Dein eine Bein in die Luft schaut... Nein das ist ja das Schöne... Darum mache ich es ja... Ich bin dann so fest in diesem Moment... Ja... Ich bin so unglaublich fest in diesem Moment... Dass ich... Ich vergesse... Ich höre gar nicht mehr... Ich höre meinen Coach... Das habe ich mir antrainiert... Ich höre Coaches... Ich höre... Das ist... Das schaffe ich... Das schaffen teilweise Leute nicht... Ich schaffe es nicht immer... Aber ich habe zum Beispiel... Am Turnier höre ich meinen Coach schon gut... Ja... Und sonst... Also ich kriege gar nicht mehr... Also ich bin im Sparring... Es machen 20 Leute um mich um den Sparring... Und ich habe zwei Quadratmeter Platz... Und ich kriege nicht mal mit... Wer links oder rechts von mir ist... Ja... Ich bin so fest in dem... Es ist so ein krasser Bewegungsablauf... Und reagieren und äh... Es ist... Du musst einen Mix haben... Am Turnier kannst du voll wüten... Aber im Sparring musst du einen guten Mix haben... Aus... Wem bin ich los... Wann gehe ich rein... Wann explodiere ich... Es ist mega viel Timing... Wann... Wann ist der Gegner unaufmerksam... Und gibt mir da eine Lücke... Zack... Und jetzt habe ich da... Jetzt bin ich da eng dran... Jetzt kann ich da... Was weiß ich was machen... Und äh... Ein Turnier ist es... Ich habe noch nicht so viele Turniere... Keine Ahnung... Das habe ich... Fünf Turniere gemacht... Ich glaube... Vier oder fünf Turniere gemacht... Dort ist es... Puri... Fucking... Das letzte Turnier, das ich gemacht habe... In Küsnacht... Das ist... Dort bin ich zum ersten Mal... So ein bisschen... Das ist so ein bisschen wie gestern an Stage... Ich war am Turnier sehr präsent gewesen... Mhm... Alter... Entschuldigung... Es ist nichts störend drin... Der Janik Zebra... Du musst bleiben... Alter... Du musst bleiben... Aber es ist ein guter Bekannte von uns... Können wir bleiben, oder? Ja, ja... Also ich muss daran denken... Einmal... Nein... Dort ist dann zum ersten Mal... Nicht so der... Korridor gewesen... Ja... Ich war an der Obermeisterschaft... Im Januar... Ich weiss von einem Kampf noch ungefähr... Ungefähr wie es gelaufen ist... Und die anderen sind... Ein absoluter Blur... Ja... Also ich meine... Ich weiss nichts mehr von diesen Kämpfen... Das... Das finde ich so geil... In und raus... What the fuck, oder? Wenn ich UFC schaue... Dann siehst du... Zwischen der Runden... Genau zwei Sorten von Fighter... Die einen sind... Voll am Interagieren... Mit den Coaches... Und sagen selber... Ah... Ich habe gemerkt... Irgendwie... Ich muss das und das... Und irgendwie... Uh... Mein Bein hat sich ein bisschen komischer angefühlt... Aber es ist alles gut... Und hey... Ich bin voll drin... Und andere... Hocken dort... Und du merkst... Was auch immer die dem sagen... Oder ihre... Das ist... Nicht einmal... Das macht nur... Einfach nur das Geräusch... Die sind nicht da... Und sie können irgendwie noch... Weisst du... Ein bisschen Wasser... Hey... Hör mal zu... Und sie sind einfach weg... Sie sind irgendeine... Hat aber teilweise bei der UFC damit zu tun... Dass sie eventuell gerade Bomben kassiert haben... Ja... Und wirklich einfach... Wirklich einfach... Nicht einmal das... Ich meine nicht einmal das... Sondern ich meine wirklich... Du siehst sie sind... Sie sind voll im Tunnel... Ja... Das ist schon krass... Also das ist wirklich... Also ich habe das auch mental unterschätzt... Ich habe eigentlich die ganze Zeit... Ich wollte... Jetzt am Wochenende... Wäre wieder ein Turnier gewesen... Vor dem 18. Mai... Wäre ein Turnier gewesen... Ich habe nicht mehr alle eingetragen... Ich wäre da gerne gegangen... Aber ich habe wie gemerkt... Ich glaube auch einer der Gründe... Warum ich immer wieder krank bin... Weil ich mich im Kopf... So auf das einschiesse... Und mich das so bumst... Wenn ich... Schon nur wenn ich vier Wochen vor mir... Ich bin dann schon nervös... Ich erlebe... Ich erlebe dann schon... Ich gehe dann schon mental... Durch das durch... Und das ist schon... Ich habe gemerkt... Das zerrt schon sehr fest... Auch an meinen... Stressressourcen... Und darum muss ich mir jetzt... Ich mache es mega gerne... Aber ich muss mir... Sehr gut überlegen... Wenn ich ein Turnier wie mache... Ja... Und da hat schon Comedy jetzt... Vorrang... Und eventuell... Eventuell kann ich halt nicht meine... Fixe Anzahl Turniere... Klar nicht... Vielleicht kann ich halt nicht... Ich habe wirklich gedacht... Ich kann jedes Turnier... Weil es ist geil im Jiu-Jitsu... Du wirst nicht ausgenommen... Du wirst nicht geschlagen... Wenn du verletzungsfrei bist... Du kannst alle paar Wochen an ein Turnier gehen... Ja... Klar... Europa-Weltmeisterschaft... Da musst du dich gut vorbereiten... Da musst du wirklich... Ich finde... Dort muss man sich ein paar Wochen lang... Acht Wochen würde ich sagen... Sehr 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 gut vorbereiten... Wenn du ab mit dem Turnier hin willst... Aber so da... Alte... Füddelturnier... Füddelturnier in Wallisellen... In der Turnhalle... Alter... Da kannst du zwei Wochen vorzeigen... Ich gehe und dann... Dann ist es halt so... Also weisst du... Das sind auch gute Leute... Aber es ist nicht das gleiche Level... Es ist nicht das gleiche Investment... Du brauchst keinen Flow... Kein Hotel und all das... Ja... Aber auch das... Also eben... Ich bin voll auf Schienen... Oder? Wir werden dann beides verbinden... Wieso gibt es noch nicht... Irgendwie so... Am oben... Am oben... Vor... Vor einem Turnier... Noch eine gute... Eine gute Mixed Show... Was ist wie geil... Weisst du wie am Arsch ich... Alter... Ich könnte... Nicht... Ich... Ich war... Ich war hart dabei... Ich könnte gar nichts... Nein... Ich könnte... Alter... Ich war auf der Bühne... Eine Hülle von mir selber... Das geht nicht... Das geht nicht... Vor allem wenn ich noch... Wenn ich noch einwiegen... Ah ja genau... Wenn ich noch einwiegen... Wenn ich noch einwiegen... Mit Biji Uchizu auch so... So hart... Weightcutter... Es geht Leute, dass das machen... Macht das Sinn... Ich war an den ADCC Trials... Mit einem... Mit einem... Kollegen aus dem Dings... Shoutout... Philipp Geyer... Besten Brown Belt auf der Wald... No joke... Ja... Besten Brown Belt auf der Wald... Ähm... Und er ist an den ADCC Trials... ADCC ist ja so... Highest Level... Nogi Grappling... Aha... Ist das wirklich... Ja... Gordon Ryan ist dort mehrfach... Äh... Champion... Superfight Champion und alles... Und die haben pro Kontinent... Haben sie Trials... Wo... Kann sich jeder anmelden... Ja... ADCC Rulework ist auch sehr offensiv... Es gibt... Also ich bin dort gewesen... Es gibt definitiv... Niemand, der in einen Bacher pisst... Definitiv... Ist der... Ist der Drogentest... Äh... Der hier Alter... Holy Moly Alter... Yo... Sind die alle auf Stoff... Wenn du sagst... Der Gordon Ryan... Hat schon mehrmals gewonnen... Kannst du das auch mal googlen... Sollte... Wir müssen einfach mal ein Bild... Vom Gordon Ryan anschauen... Wo ja... Auch zugibt... Dass... Dass er jegliche... Eroid nimmt... Was glaubt... Also... Also... Wer mehr auf Stoff ist... Ist sein letzter Gegner... Im Superfight... Der André Galvaro... Wie heisst der jetzt nachher... Gordon Ryan... Mit... R-Y-A-N... Ryan... Gordon Ryan... Und dann kannst du noch... Der André Galvaro... Die gleiche Frisur wie ich... Nur macht er auch noch den Bart hell... Das ist noch geil... Einmal... An Trials gegangen... Ja... Und ähm... Jojo... Jojo... Eben, siehst du... Und das ist ja der Punkt... Du kannst... So das unten... Klick mal auf das oben ohne... Klick mal auf das... Auf das, wo noch oben ohne ist... Natürlich willst du das oben ohne sehen... Natürlich... Der Punkt ist... Der Punkt ist... Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster... Und sag... Wenn du... Stabil Bodybuilding betreibst... Ja... Gut issest... Jahrelang trainierst... Vielleicht noch genetisch ein bisschen... Äh... Geblasst bist... Und da ist ja da voll auf Pump... Also da ist ja da... Jetzt gerade die Hand hin angelegt... Und gesagt... Mach ein Foto in gutem Licht... Ist das... Naturally possible... An... Masse... Und an Definition... Was halt nicht gut ist... Dass du... Zweimal am Tag Jiu-Jitsu trainierst... Dann einen Weightlift isch... Isch wie ein Schwein... Und so aussehst... Und das ist... Also weisst... Es ist so... Die Masse aufbauen... Und halten... Während man nebendran... Und ein Ausdauerathlet ist... Und ein sehr... Katabolischer Sport ist... Du bist ja permanent... Am Verbrennen im Jiu-Jitsu... Mhm... Ist dann schon sehr... Vogelig... Jetzt... Mal noch schnell bitte... André Galvao googlen... Und weil der André Galvao gewinnt... In den Steroid Olympics... Gegen den Gordon Ryan... Der André Galvao... Ich hab den live gesehen... Ich hab den in Paris... Und den Europameisterschaften gesehen... Jaja... Das ist... Nein, nein, nein... Da unten rechts... Genau... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Was ich mein... Bruder, Bruder, Bruder... Der André Galvao... Alte... Ist... Ah, ich mein... Oh mein Gott... Mehr Stoff... Geht nicht... Schau mal... Dämen seine Schultern... Haben ja nochmal... Eigene Schultern... Dass du so aussehst... Musst du ja... Schon nur mit dem Krafttraining... Du musst ja... Hure krass trainieren... Schon nur Weightlifting... Ja... Und der trainiert aber noch... Ein, zwei Mal am Tag Jiu-Jitsu... Also... Dämen seine... Dämen seine... Nackermuskeln... Sind so gross... Wie meine... Wie meine... Wie meine... Wie meine Waden... Ja, also... Eben... Und ich finde, der André Galvao... Ist nochmal eine Nummer... Nochmal eine Nummer... Geroide da... Ja, okay... Was sollst du... An den Trials... An den Trials... Gehst du am Freitag zu oben auf die Woge... Und kämpfst am Samstag... Ja... Und dort haben die Wärse Leute... Wirklich... Verlieren Gewicht... Genau... Gehen am Freitag zu oben auf die Woge... Aber eben... Macht das Sinn... Wieso? Stärker bist... In einer tieferen... Gewichtsklasse... Stärker geht gar nicht... Das geht darum, dass du schwerer bist... Mehr Gewicht hast... Schwerer bist... Machst du ja auch im MMA... Machst du ja auch im Boxen... Es ist ja niemand... Niemand... In der UFC auf 77 Kilo gekämpft... Welterweight... Wiegt im... Wiegt im... Im Oktagon 77 Kilo... Nein... Aber... Es ist ja schon bisschen... Es ist ja schon bisschen... Zumindest in der UFC... Es ist der Trend gekommen... Dass sie gerne jetzt doch eine Gewichtsklasse... Weiter hoch sind als früher... Weil sie sagen... Ja, aber auch dort... Die Cutten sind ja immer noch wie behindert... Weil sie sagen... Leute denken sich... Ja, 88 oder 95 Kilo... An einer Stange... Wo statisch ist... Das Bewegen... Ja... Ist ja etwas anderes... Als... Wiegt ein... 1,90 grosser Wassersack... Wo sieben Kilo mehr hat... Ist... Insane... Ja, plus du musst dir denken... Wenn du einen Neon Belly hast... Hast du... Der einzige Kontaktpunkt mit dir... Ist das Knie... Dann stellst du rechts ausser den Fuss ab... Und postest du vielleicht noch mit der Hand... Sieben Kilo mehr... Ja... Mit einem Knie... Da innen... Also weisst du... Das ist wirklich... Mein eigener Trainer hier in Zürich ist... Ich glaube... 84 Kilo... Mhm... Das ist... Ich wiege 98... Wenn dieser Typ mir ein Neon Belly gibt... Mhm... Also ich kriege keine Luft mehr... Ja... Es geht nicht... Und das ist 84 Kilo... Ja... Aber es hat doch mal geheissen... Im Jiu Jitsu... Dass dort... Eben auch jemand... Der viel leichter ist... Wenn du technisch gut bist... Kannst du jemanden... Ja... Deutlich schwereres... Ja... Das allerbeste Beispiel dort... Sag ich allen Leuten... Die wollen wissen... Wie effektiv Jiu Jitsu ist... Schauen wir den Kampf von... Maiki Musumeci... Gegen den... Irgendeinen Ägypter... Black Belt... Europeans... Der Maiki Musumeci hat sich... Es gibt an jedem Turnier... Gibt es Gewichtsklasse... Gibt es sehr viel... Ähm... Und... Dann gibt es an dem grossen Turnier... Von der IBJJF... Gibt es noch die Open Category... Ah... Wo darfst... Open ist... Jeder kann sich nach Gürtel halt... Aber du kannst dich am Open anmelden... Äh... Ich glaube es heisst Open... Ähm... Und dort können dann alle... Gegen alle kämpfen... Und du gewinnst beispielsweise... Äh... Underworlds gewinnst... Äh... Mega oft sind so die... Oberen drei Gewichtsklassen... Einer von denen gewinnt... Mhm... Was ist das... Medium Heavy... Super Heavy... Ultra Heavy... So einer von denen gewinnt... Da ist der Maike... Rechts ist der Maike Musumeci... Und er wird glaube ich 66 Kilo... Er ist wirklich ein kleiner Dude... Ja... Jetzt musst du mal eingehen... Maike Musumeci vs. Giant... Gib einfach mal da sein... Im Google... Ähm... Und er hat... Gewonnen... An den... An den... Europeans... Hat er im Open... Ich glaube das Viertelfinal... Gegen einen... Gegen einen... Ich würde sagen... 140... 150 Kilo schweren Dude... Ja da... Maike Musumeci gegen... Safe... Safe Edin Humin... Weil er auf jeden Fall gewinnt... Ja... Und er gewinnt... Weil er einfach... Technisch... Ein absolutes Monster... Er spielt nur Guard... Ich meine... Der Ander strebt mir so schwer wie ich... Müllen wir es nicht schauen... Es ist ein sehr technischer Kampf... Er gewinnt nach Punkten... Also die Mitte denn nicht... Aber der Ander kommt nicht mal an seiner Guard vorbei... Und der Ander... Also weisst du... Wenn du drauf gehst... So nach Gewichtsklasse ist der Typ... Ja ja... Und das hat man auch in den ersten 3 UFC's gesehen... Wo der Hoise Gracie gewonnen hat... Gegen alle... Der Hoise Gracie hat 70 Kilo auf die Vogue gebracht... Und ist im Guy an die erste UFC... Gegen Leute... Ich glaube... Gegen Leute wie der Tank erbet oder so... Nicht ganz sicher... Aber so halt... Ich meine... Monster... So richtige Monster... Und hat sie halt zur Mitte... Wenn du technisch weisst wie es funktioniert... Ja ja... Vor allem Jiu Jitsu ist eine... Wenn nicht die einzige Kampfsportart... Wenn du es so vergleichst mit den gängigen Boxen... Muay Thai... Whatever... Judo... Judo bin ich mir nicht ganz sicher... Es ist die einzige Kampfsportart... Die effektiv mit System... Von unten funktioniert... Du musst nicht stehen... Du musst nicht oben sein... Du kannst von unten... Ja... Du kannst den Kampf vor deinem Rücken aus... Mit dem Gegner auf dir drauf gewinnen und finishen... Mhm... Und das ist was es... Was es in einem Self-Defense-Szenario so unglaublich effektiv macht... Du kannst Leute neutralisieren... Ja... Ja... Das ist Vigo 2... Nice... Da ist sie wieder mal... Die überraschende Unterbrachung... Zumindest in der Folge... Ganz kurze Info... Für die, die es noch nicht gehört haben... Oder nicht haben wollen... Mein aktueller Programm Zero... Hat nochmal ein paar Tour-Termine... Die meisten sind auch schon im Vorverkauf... Jetzt auf www.joel-von-mutzen-becher.ch... Ganz tolle Support-Acts dabei... Leila Ladari... Benjamin Delay... Matteo Gutenrath... Jose Brizza... Und Teddy Hall... Also... Geht schnell... Jetzt Tickets kaufen... Und dann könnt ihr die Folge weiterhören... Bis dann... Vigo 3... Hahahaha... Also wie gesagt... Ich klammere Comedy aus... Nein, vorbei... Ja... Kannst du ja etwas Spezifisches nehmen... Ich würde sagen... Sport und Comedy sind... Teilen sich den zweiten Platz... Sehr ebenbürtig... Wirklich sehr ebenbürtig... Und dort ist tatsächlich... Also einerseits natürlich das Auftreten... Das Leben auf Tour mit Leuten wie dir... Generell so... Die... Die Progression... Ich merke das jetzt... Langsam so... Mit so... Weiters... So eine... So eine Quote... Fuck... Aber du weisst schon... Um was es geht... Je mehr ich weiss... Desto mehr... Check ich, dass ich gar nicht weiss... Ich kenne nur... Ignorance is bliss... Ich kenne nur... Ignorance is bliss... Einfach merke... Es gibt... Es gibt... Bei dem keine Regeln... Es gibt keine... Es gibt keinen vorgefertigten Weg... Das macht es auf der... Auf der anderen Seite extrem schwierig... Es gibt keine... Ich bin ein sehr strukturbedürftiger Mensch... Ja... Ich fände es mega geil... Würde man einfach sagen... A, B, C, D... Weisst du... Die Bildchen mit den Nummerchen... Du musst einfach da... Und am Schluss ist es eine Giraffe... Ja... So das... Und das gibt es halt nicht... Aber... Feelgood... Comedy-wise... Ist tatsächlich... Für mich... Ähm... Die Interaktion mit Leuten... An einer Show... An meinem Open Mic... Und auch sonst an Shows... Ich... Ich... Ich werde dann immer wieder... Sehr... Positiverweise... Oder sehr überraschenderweise... Daran erinnern... Wie lustig teilweise... Einfach random Leute im Publikum können sein... Ja... Ich rede jeden Mittwoch mit Leuten an meinem Open Mic in Basel... Wo by the way... Jeder Mittwoch ist... Im Balz... Halb 8... Ausser im Juli und August... Dann machen wir Sonnenpause... Weil EM ist... Und ESA... Alle in Mykonos am White Party machen sind... Und äh... Wo ich teilweise mit Leuten rede... Wo ich mir denke... Alter... Es ist so... Es ist... Es würde mir so fest etwas fehlen... Wenn ich das nicht machen könnte... Und weisst du was geil ist... Weisst du... Wenn sie... Zu 90%... Wenn sie wirklich lustig sind... Wenn sie es nicht probieren... Jo... Oh mein Gott... Es ist eine Legende... Es ist so... Wahnsinnigen Unterschied... Wenn du jemanden im Publikum hast... Wo probiert lustig zu sein... Ziemlich sicher wird es tanken... Ziemlich sicher... Aber wirklich... Ja... Wenn sie wirklich einfach... So... Der Moment von... Ah... Ich bin jetzt so ein bisschen... Keine Ahnung... Ich sage jetzt einfach... Was mir einfällt... Ja... Was ja eigentlich die Grundregel... Von der Improvisation ist... Ja... Möglichst direkt... Und nicht überlegen... Ja... Das passiert genau dann... Das ist dann im Publikum... Die wirklich lustigen Sachen sind die... Ich habe jetzt nicht überlegt... Was ich gerade sage... Und dann wird's funny... Nein... Das sind genau die... Ich habe letzte Woche... Letzte Woche einen gehabt... Und habe gefragt... Dass er schafft... Also ich bin Geomatiker... Und aus der Pistole geschossen... Ein, zwei Reihen hinten... Nein, sicher nicht... Ja... Und ich so... Was ist bei euch... Und es sind zwei Geomatiker... Und es gibt irgendwie... Fünf Geomatiker in der Schweiz... Und ich so... Was du... Und du auch... Und so... Ich habe immer gewusst... Was es Geomatiker gibt... Ja... Und ihr findet euch jetzt noch... Und habt nachher... Spass und redet miteinander... So... Das ist auch... Also das ist etwas... Wo mir in der Schweiz generell... So ein bisschen fehlt... Bei vielen Comedians... Und ich mir denke... Es ist ein Teil von der Comedy... Wo ich... Sehr viel aus dem amerikanischen... Und britischen kenne... Und ich finde... Wo für mich... Ein essenzieller Bestandteil ist... Von einer Comedy Show... Ist... Nicht nur... Bühne... Wand... Publikum... Sondern... Ich sehe... Ja die Leute im Publikum... Und sie sehen mich... Ja... Und ich weiss... Du bist ein Mensch... Und du weisst... Ich bin ein Mensch... Wer habe ich vor mir? Wer kommt an die Show? Wer bist du? Was machst du? Was passiert da? Können wir es vielleicht... Haben wir vielleicht... Zwei Minuten lustige Unterhaltung... Und ich finde... Etwas über dich heraus... Die Leute lernen etwas... Und wir brechen... So ein bisschen... Die komische... Also ich habe das noch nicht so... Ich bin zum Beispiel... Vor zwei Wochen... Beim Alain Frey... Auf Tour Support... Aufgetreten... Im Volkshaus in Zürich... 1200 Leute... Insane... Aber der Gap... Von der Bühne... Bis zur ersten Reihe... Ist so eine weirde... Es ist eine räumlich... So eine krasse Lücke... Wo ich... Ich habe da natürlich nicht... Mit Leuten im Publikum geredet... Aber ich denke so... Wenn ich so etwas spielen würde... Fände ich... Mir gibt es immer etwas... Wenn ich mit Leuten im Publikum rede... Weil ich habe das Gefühl... Nachher sind wir uns alle ein bisschen... Es klingt jetzt komisch... Wir sind alle ein bisschen näher... Es ist ein bisschen vertrauter... Es ist ein bisschen mehr... Wir machen das hier gerade zusammen... Ja... Es ist nicht ich und ihr... Sondern es ist mir... Mhm... Auch wenn mein Crowdwork teilweise sehr asozial ist... Dann bin ich mir bewusst... Die meisten Leute, die ich mit einer Rede... Werden nachher ge-roasted... Aber... It's all love... It's all love... Es ist ein Coping-Mechanismus... Und ich kann einfach anzugreifen... Aber das ist auf jeden Fall... Feel good... Eine gute Crowd-Interaktion ist... Es ist einfach... Es ist... Es löst irgendetwas in mir raus... Und ich denke so... Das ist so geil... Das ist auf jeden Fall... Feel good... Zweieinhalb... 2,2... Also wieso jetzt zweieinhalb... Du hast gesagt... Weil es auf gleichem Level ist... Wie... 2 und 3 sind wir... Ah ok... Weil du wirklich nach Rangliste gehst... So... Ein bisschen ja... Ja... Also das muss ja nicht nach Rangliste... Aber das sind schon... Hm... Also willst du noch zum nächsten? Oder willst du noch über... Comedy und Interaktionen reden? Ja, aber generell... Alles und Comedy ist Feel good... Ja? Also nicht alles... Ich kann's was sagen... Alles! Wir haben gestern kurz telefoniert... Überhaupt nicht alles ist Feel good... Nein, überhaupt nicht alles ist Feel good... Aber was Feel good ist... Ist äh... Das äh... Und das kennst du ja... Zur Genüge nach 5 Solos... Sechs... Immer noch sechs... Ah... Ich sag immer das fünfte Solo... Jo... Das Einte zählt ich nicht... Weiss ich mein... Dass du da bist... Ich sähl's eigentlich nicht... Das zählt nicht... Und das sind keine bewussten Momente... Es ist einfach teilweise so der Moment so zwischendrin... Wenn man nochmal hinfährt... Wenn man nochmal wegfährt... Wenn man von der Bühne geht... Ist so das... Und das habe ich vielleicht... Keine Ahnung... Dreimal im Jahr... Aber es ist so... Du hast gerade einen Gig gehabt... Und der hat gut funktioniert... Und die Leute haben eine gute Zeit gehabt... Und nachher so der... Der Gedanke so... Ich hab das... Ich hab das gemacht... Ich hab das geschrieben... Ich bin auf die dumme Idee gekommen... Einen Witz über das zu machen... Und aus irgendeinen Grund... Teilen die Leute meine Meinung... Und finde es funny... Das ist... Crazy... Das ist schon ein guter... Das ist schon ein guter Moment... Das ist ja das... Was die Verbundenheit schafft... Es ist ja... Wenn das passiert... Fühlt man sich ja nicht mehr allein... Weil... Äh... Ich meine überhaupt nicht einsam... Aber... Aber... Comedy ist ja schon... Trotz allem... Ist es ein Einzelsport... Mhm... Und das heisst... Du bist mit deinen Gedanken... Und du probierst die irgendwie umzumünzen... Und du testest das... Und du brauchst Leute für das... Aber es ist immer... Von dir aus... Und wenn es dann eben... Den Moment gibt... Wo irgendwie so... Ah... Der komische Furz dahinter rechts... Der connectet so bei euch... Dass dir so fest lachen... Dann fühlst du dich nicht mehr allein... Das tut jetzt... Das tut jetzt so hochgestochen... Mhm... Und ich hab nicht... Ich hab nicht das Gefühl auf der Bühne... Dass ich dann finde... Ah... Jetzt fühl ich mich nicht mehr allein... Aber... Ich hab das Gefühl... Dass es effektiv da ist... Dass es wirklich halt... Bis dahinter reist du das so wie mit dir rum... Es ist so wie so ein... So ein komisches... Ist es lustig oder nicht dumm? Genau... Es ist wie so ein komisches Geheimnis... Und du denkst so... Es ist... Es ist ein komisches Geheimnis... Es ist das beste... Bis du ein Bit nicht ausprobiert hast... Ist es ein komisches Geheimnis... Definitiv... Aber du hast eine schwierige Gedanken... Genau... Es ist so... Und dann ist es so... Hä? Ja... Und wenn sie wirklich finden... Ja... Dann bist du so... Ah... Und das... Das ist so geil... Das ist das... Wo ich das Gefühl habe verbindet... Weil ich... Ich... Manchmal habe ich wirklich das Gefühl... Die Lacher... Wo bei gewissenen... Je nach Joke natürlich... Aber bei gewissen Bits... Kommen... Sind wirklich so... Ich verstand was du meinst... Ja... Obwohl es etwas ist... Das überhaupt nichts mit ihrem Leben zu tun hat... Sind so... Ah... Den Gedankengang... Check ich... Ja... Und das ist... Das ist für mich das wo... So verbindet... Ja... Es ist das wo ich am Freitag im Casino in Baden... Wo wir zusammen waren... Übrigens... Was für ein geiler Gig ist das gewesen... Badenlach? Was für ein geiler Gig ist das... Supergeil... Danke übrigens für das Coaching im Casino... Ja... Du hast noch richtig abgeräumt... Äh... Der Boy hat... Der Boy hat... Der Boy hat schnell durchgespielt... Ähm... Und... Dort... Das ist ja noch nicht mal... Das ist ja noch nicht mal... Das ist ja noch nicht mal... Das ist einfach eine Idee... Wenn ich dort im Moment so ein bisschen ausgefremelt habe... Sodass man beim Guaffeur nicht kann sagen... Dass wenn er Scheisse... Wenn er die Frisur Scheisse geschnitten hat... Ich... Ich krieg's nicht an einem Guaffeur dann sagen... Sorry... Das ist eigentlich nicht, dass ich nicht mehr denke... Ich sag... Egal wie er schneidet... Ich sag immer... Ja ist gut... Das... Die Leute haben sofort... Alle so... Ja... Ja... Machen wir genau... Und ich so... Ah... Ihr auch... Ich bin nicht der einzige Idiot... Von dem Guaffeur rausgelaufen... Und nachher von der Verheulen... Und zwei Wochen eine Kappe anziehen... Danke... Das ist doch schön... Oder? Das ist... Stimmt... Das ist ja gut... Das ist ein guter Feelgood... Feelgood 4... Sind äh... Definitiv... Und das habe ich lernen... In den letzten 2 Jahren... Sind äh... Ich fasse das so... Gesamthaft so ein bisschen zusammen... Sind... Nicht zielorientierte... Äh... Freizeitaktivitäten... Mhm... Bin ich noch nicht gut drin... Zum Beispiel Fischen... Fischen... Dörffahren... Sind so 2 von meiner Hobbys... Gamen ist immer so ne... Ich nenn's nicht nur mein Hobby... Gamen ist eher so ne Sucht... Und ich immer wieder muss in den Griff kriegen... Mhm... Äh... Ich habe jetzt aber auch... Ich fange immer wieder an... Etwas zu gamen... Dann mache ich viel zu viel... Und dann höre ich wieder auf... Das ist nicht wirklich ein Ausgleich... Weil ich werde... Allem, was ich mache... Es ambitioniert... Es ist unglaublich... Ich fange auf an Fischen... So die ersten 3 Mal... Also ich habe es Jugendliche gefischt... Ich finde es... Mein Leben lang das geilste gefunden... Ich finde es so cool... Es verbindet so viele Sachen... Die so nice sind... Du machst es in der Natur... Es hat... Es hat äh... Handwerke ist die falsche... Aber es hat äh... Wie nennt man das? Wenn man äh... Wenn man äh... Ein Gear-Crack ist... So in dem Sinne... Es hat... Weisst du wie Autofahrer... Haben den Auspuff... Und das Modell... Die Felgen... Oder Velofahrer... Oder Dörffahrer... Bei all dem Angleralder... Es ist... Rolle... Rute... Schnur... Vorfach... Eine Milliarde Köder... Eine Milliarde Möglichkeit... Es ist wie so... Es ist so komplex... Es ist... Es ist so nice... Das alles irgendwie an zu kriegen... Plus es hat noch nicht... Du musst alles selber... Niemand bringt da irgendetwas bei... Mhm... Du musst die scheiss Rute selber finden... Du musst die Rolle selber finden... Du musst es selber zusammensetzen... Du musst die scheiss Knüppel lernen... Man muss ja alles noch knüppeln... Und anbinden... Und teilweise musst du noch die Höcke selber aufziehen... All das Zeug musst du herausfinden... Auf was fische ich da überhaupt... Wenn fische ich... Was ist die Wassertemperatur... Wenn lohnt es sich... Also die... Alter... Wie viele Stunden ich am Wasser... Einfach Zeug durch... Durch... Durch den Müll geschleift habe... Und nachher mit jemandem geredet habe... Was eine Ahnung hat... Und der hat dann gesagt... Ja natürlich... Also natürlich fangst du nichts... Du bist ja am völlig falschen Ort... Mit einem völlig falschen Grät... Völlig falschen Jahreszeit... Und das ist dann frustrierend... Aber es ist auch... Eine Wissenschaft... Du lernst dann... Es ist eine Wissenschaft... Und ich bin noch ganz am Anfang... Und... Aber eben dort... Ich ging zweimal an... Ich hatte am Anfang mega Glück... Es ist wie so bei Stand-Up... Entweder bist du am Anfang scheisse... Oder du hast... Entweder ist die Erste auf der Katastrophe... Oder es ist funktioniert... Es gibt kein In-between... Ja... Und ich bin zum ersten Mal... Seit Jahren wieder... An die Bierze... Und habe am ersten Tag... Fünf Forellen gefangen... Wirklich? Ja... Und habe später mit einem geredet... Also es ist im Fall nicht so normal... Es ist im Fall einfach nicht so... Einfach dass du das weisst... Meistens ist es einfach nicht so... Es reicht zum... Und sie huckt... Ja... Huckt... Es war etwa 10 Stunden am Wasser... Ja... Ich bin vier Stunden mit einem Kollegen... Und dann so... Wir fangen nichts... Es hat keine Fische... Wir haben keinen Biss... Kein Nachläufer... Und ich so... Okay gut... Ich bleibe noch... Weil irgendeine Tageskarte... 40 Franken kostet... Ich habe eh frei... Und dann habe ich gefunden... Ich bleibe... Ich bin weiter... Flussaufwärts gelaufen... Nach Zwingen... Und dann habe ich mich durchs Gestrüpp... Ich meine... Durchs gröbste Gestrüpp... Ich bin in... Durch den Wald... An so einer verlassene Stelle... Wirf einmal aus... Bam... Und ab dort habe ich gewusst... Okay... Ich gehe heute nicht mehr nach Hause... Und dann nochmal... Eine Woche... Zwei Wochen später... Nommal gegangen... Nommal gefangen... Nommal gegangen... Und dann habe ich... Recht grosse Forellen gefangen... Und dann habe ich mir gedacht... Es ist ja mega geil... Es ist ja mega einfach... Ab dann habe ich Bierce... Nie mehr etwas gefangen... Und... Aber dort ist halt das Problem... Es ist dann so... Ich habe Bierce... Anfang an Forellen angeln... Ich bin dann an den Griffensee... Ich habe eine Route gekauft... Für Egli... Für Barsch... Ich habe eine Route gekauft... Für Hechte... Ich bin am 1. Mai... An der Eröffnung der Hechte... So 10 Stunden lang... Am Griffensee gestanden... Ich habe keine Hechte gesehen... Ich bin 2.000 später... Ich glaube... Von 1. Mai bis jetzt... Bin ich glaube... 10 Mal... Am Griffensee auf Hechte angeln... Mhm... Und teilweise... Also teilweise treiben... Also teilweise eben... Am 4 Uhr am Morgen aufgestanden... Und bis um 2 Uhr am Nachmittag... Geangelt... Und dann nach Hause trainieren... Und so eine Show gespielt... Und mich dann an der Show gewundert... Wieso ich müde bin... Mhm... Und mich dann später gewundert... Warum schlafe ich zu wenig... Und werde vielleicht krank... Also es ist wirklich... Es ist so... Es ist am Anfang ein herzliches Hobby... In der Natur gewesen... Und dann ist es... Ich muss jeden Zielfisch... Ich muss eine Route haben für alles... Ich muss jeden Köder haben... Ich muss genau wissen... Wie es funktioniert... Ich kann jetzt ein Boot... Jahresmiete... Am Griffensee... Weil ich mich einfach nicht im Griff habe... Ich habe 3 Patente in Zürich... Von denen habe ich 2... Noch nicht gebraucht habe... Ich habe Kontakt für 2 Pacht... 3 Pachtgewässer in der Region Zürich... Wo ich auch schon weiss... Ich kann dort das geholen... Das geholen... Es ist wirklich... Und dort muss ich halt... Wie aufpassen... Dass es ein Hobby bleibt... Aber wenn es... Ein Hobby ist... Alter... Es ist geil... Dörf fahren und das... Es ist einfach so... Kannst du mit dem Dörf nehmen... Anfahren zu fischen? Ja... Ist auch schon geplant... Ja... Natürlich... Mit der Rute hinten so... Ich wollte es sagen... Du gehst schon... Nein, ich denke... Ich habe einen Rucksack... Wo alles drin Platz hat... Wo ich alles dreimache... Und dann die Rute... Wie so Drumspann... Also ich würde es mit dem... Nicht auf der Autobahn fahren... Einfach aus Sicherheitsgründen... Ja... Überland 80... Kein Problem... Es ist dann auch das Problem... Mit dem Vollmontur und dem Helm... Wo lässt du das? Ja... Und dann gehst du fischen... Das sind so Sachen... Das sind wirklich so... Das gibt mir auch... Ein Ausgleich... Aber es hat auch damit zu tun... Eben so... Alle am 4 Uhr Morgen aufstehen... Und dann bist du allein am See... Das sind dann schon die Momente... Wo ich um 5 Uhr dort bin... Mit meiner Thermoskanne... Kaffee trinke... Und mir denken... Es ist mir eigentlich egal... Ob ich jetzt etwas fange oder nicht... Ich bin um 5 Uhr hier... Ich bin allein hier... Die Sonne geht gerade da unten auf... Und das ist jetzt einfach so... Ich bin hier... Bitte... Wie ist denn die Erkenntnis gekommen... Dass das... Dass das noch geil könnte sein... Ich habe das Kind gefischt... Nein, aber grundsätzlich... Das wurde gesagt... Das sind Freizeitaktivitäten... Die nicht unbedingt ein Ziel haben... Ich habe einfach gemerkt... So alt... Ich bin zu fest in dem... Eben... Ich bin einfach... Geh auftreten... Geh trainieren... Geh gamen... Und dann habe ich gesoffen... Früher... Ja... Und habe wie so gemerkt... Das ist jetzt nicht unbedingt... Ich möchte das nicht die nächsten... Live in the dream... Live in the dream... Ich... Ich möchte auch gerne... Sachen lernen... Also es ist für mich... Dörf fahren ist etwas... Etwas... Wo... Wo ich glaube... Ein endloses Skillpotential hat... Du kannst... Dass der irgendwann... Wie die in Florida... Dass du dann noch so auf dem Dörf stehst... Und irgendwie so... Das ist schon nicht so... Wheelies und Stoppies und so... Nein, aber es ist einfach so... Es ist ein mechanisches Ding... Es ist ein mechanisches Ding... Du musst richtig können... Du musst richtig können... Also klar... Es ist wie beim Autofahren... Jeder kann Kuppeln schalten... Aber es ist dann auf dem Dörf... Richtig Kuppeln... Richtig schalten... Super smooth... Auf und runter schalten... Wissen welchen Gang... Für welche Geschwindigkeit... Für welche... Für welche Kurve... Die Kurve richtig fahren... Eine Kurvenlinie richtig nehmen... Sicher fahren... Nicht einfach... Jeder kann den Fack in den Harnen aufdrehen... Ja... Wie fährst du sicher... Wie fährst du so... Es macht super Spass... Es ist ähnlich wie Skifahren... Ja... Und... Darauf gekommen bin ich... Ich glaube... So Sachen... So Sachen basieren einfach bei mir... Ich weiss nicht wie ich darauf gekommen bin... Ich kann es dir gar nicht erklären... Es ist einfach... Eines Tages ist hier die Idee... Dörf fahren... Aber Dörf fahren... Und sie hat dann nicht aufgehört... Eines Tages ist die Idee... Angeln... Und dann... Aber dann basiert es auch so... Die Idee ist gekommen... Drei Tage später... Tagespatent... Fünf Tage später... Ruten... Ausrüstung... An Bach... Und sie hat dann nicht aufgehört... Es basiert einfach... Die Sachen basieren einfach... Kampfsport damals auch... MMA... Ich muss in den MMA-Gym... Ein Tage später angerufen... Nie aufgehört... Es ist einfach... Das finde ich aber noch spannend... Dass dann wirklich... Dass dann effektiv so eine schnelle... Wie nennt man das? So eine schnelle Umsetzung passiert... ADHS? Hyperfocus... Ist das so? Ah ja... Danke... Ich habe das Gefühl gehabt... Wenn man so eine Hirne hat wie du... Dann ist es so... Ah, das ist meine Idee... Und danach passiert es aber nicht... Nein... Das ist ja nur bei Sachen... Die wirklich wichtig sind... Nur bei Sachen... Die wirklich wichtig sind... Denke ich mir so... Das ist meine Idee... Und dann passiert es nicht... Okay... Aber dann kann ich es... Dann kann ich es sogar jetzt nachvollziehen... Bei so kleinen Sachen... Bei so kleinen Sachen... Wo man super produktiv damit... Prokrastinieren kann... Oh mein Gott... Ich könnte ja morgen Morgen aufstehen... Und mich um meine Karriere kümmern... Ja... Oder ich könnte vier Stunden gehen angeln... Ja, ja... Well, well, well... Was klingt denn doch besser? Was ist so... Okay, aber das kann ich sehr gut nachvollziehen... Also ich habe irgendwie... Ich glaube, als ich das letzte Mal... In einem Flugzeug gesehen bin... Kurz vor Abflug... Habe ich irgendein Minigolf-Game... Auf dem Handy runtergeladen... Und ich schwöre dir... Ich habe es einfach... Durchgespielt... Ab dem Moment, wo ich es runtergeladen habe... Habe ich es gespielt... Ja... Bis ich... Das hinterletzte... Super lustige Schnee-Level... Keine Ahnung was... Das wo man so muss aufziehen... Und dann fliehen... Ja, ja, ja... Ganz schlimm... Ganz eine schöne Geschichte... Und dann denke ich so... Wieso habe ich jetzt ein fucking Minigolf-Spiel... Durchgespielt... Ja, aber das ist ja der Punkt... Es ist nicht auf meiner To-Do-Liste gesehen... Also... Und es ist nicht ein Achievement... Das ich unbedingt wollte haben... Weisst... Kommt das nicht in den Lebenslauf? Nein... Jetzt kannst du das nicht aufs Plakat schreiben... Das ist ja das Problem... Ich... Das ist ja was ich meine... Ich muss aufpassen... Dass das nicht... Eine sehr... Eine sehr... Eleganz prokrastinieren wird... Ja... Weil... Es ist mir dann in den letzten paar Wochen mehrmals passiert... Dass ich... Meine Gesundheit... Oder meinen Alltag vernachlässigt habe... Zum dann... Zwanghaft... Äh... Geangeln... Oder zum... In der Vergangenheit... Zwanghaft... Also ich... Ich habe teilweise auch einfach gesagt... Ich bin mit dem Dörf... Nach Zürich gefahren... Und es war ein Umweg... Es hat länger dauert... Es ist umständlich... Ja... Ja... Es ist durchaus schon vorgekommen... Dass gewisse Freizeitaktivitäten... Meine... Aber ich mache es gerade nicht... Ja... Das ist schon passiert... Also eben... Ich muss dort auch aufpassen... Dass ich nicht... Mir dann selber sage... Ah nein... Ich mache ja etwas Cooles... Ich mache ja etwas... Ich mache ja etwas Ausgleiches... Aber der Ausgleiche ist halt nicht dreimal in der Woche... Sieben Stunden... Ja... Und das ist ja dann auch so... Ich bin ja dann... Ja... Alter... Ich mache ja... Ich höre ja dann nicht auf... Bis ich etwas gefangen habe... Das ist dann effektiv teilweise 10 Stunden... Ich bin effektiv teilweise 10 Stunden... Also müsstest du eigentlich wie sagen... Ich mache... 4 Stunden... Egal was passiert... Ja... Und dann schaue ich bei... 3 Stunden 50 auf eine Uhr... Mhm... Und dann... Jetzt habe ich gerade einen Nachläufer gehabt... Jetzt habe ich gerade einen Hecht gesehen... Jetzt mache ich noch eine halbe Stunde... Den fange ich noch... Und dann... Da bin ich aber noch froh... Das Golfen ist recht definiert... Aufgrund von... Wenn 18 Löcher durch sind... Dann ist es fertig... Ah nein... Weil dann machen wir es nochmal... Und wir machen es schneller... Ich fange nicht an von Golfen... Weil ich genau weiss... Ich wäre... Hooked... Aber das Gute ist dann... Zum Teil... Du hast eine Runde gemacht... Und du kannst gar nicht mehr... Den Platz nochmal nehmen... Aha... Du kannst natürlich dann... Wenn du willst... Könntest du dann irgendwie auf der Driving Range... Die Ball bolzen... Aber äh... Gehen wir mal zusammen gehen golfen? Ja... Also ich habe keine Platzreife... Ich muss wie noch... Das müsste ich zuerst machen... Das ist so... Sonst... Ich will dir jetzt nicht nochmal etwas aufbauen... Jo... Ich kann mir Golfen glaube ich nicht leisten... Äh... Aber ich fände... Alter ich fände es mega geil... Ja... Aber wir können einfach mal auf die Range... Sehr geil... Einfach mal die Ball bolzen... Was ist denn... Was bedeutet Platzreife... Was muss ich machen? Also du musst ein paar Stunden nach... Äh... Dann musst du äh... Effektiv mit einem Pro... Sicher auf eine Runde... Dann musst du äh... Theorieprüfung machen... Etiketten... So Sachen... Theorieprüfung für den Caddy oder was? Nein... Theorie für... Wie golft man richtig? Ja... Aha... Du meinst... Du meinst fürs Wagen... Und die gilt dann aber weltweit international... Die Platzreife... Da hat man einen Ausweis oder so... Etwas von... Was weiß ich was... Von einer... Ja... Du brauchst dann natürlich noch in irgendeiner Art und Weise... Mitgliedschaft... Ich bin... Ich bin bei der Micro... Kostet... Kostet... 300 Franken im Jahr... Micro Golf Club? Ja... Nice... Voll geil... Und die zählt aber dann auch in... In Malle... Auf dem Golfplatz... Jaja... Es gibt dann natürlich immer noch bestimmte Plätze... Wo äh... Ein Platzreife an sich reicht nicht... Äh... Ein Handicap... Mittlerweile ist es fast... Stellvertretend... Wenn du Platzreife hast... Dass du dann ein Handicap hast... Du kannst aber auch eine Platzreife haben... Ohne Handicap... Was... Was kommt preislich und zeittechnisch auf mich zu... Dass ich eine Platzreife habe... Und mit dir in der Schweiz gehen... Also... Ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt dann bald mit meinem Vater... Weil er sich das gewünscht hat... Und ich schenke ihm das... Nice... Und äh... Gut... Es ist speziellter als du... Aber dort ist die Empfehlung gesehen... Vom Golflehrer... Äh... Fünf Tage brauchen wir schon... Fünf ganze Tage? Nein... Natürlich... Du hast ja dann nicht acht Stunden am Tag... Golfen... So... Aber... Wir haben mal Doppelstunden... Wir haben mal... Am Morgen und am Nachmittag... Und so... Ja... Wir reden vor... Tausenden von Franken in dem Fall... Ja... Je nachdem wo du das machst... Reinfeil... Dann neben dem Fallschlössli... Hahaha... Ich weiss nicht... Ob sie dort überhaupt Platzreife dir gerne... Aber... Also unter... Sagen wir unter 1,5 sind wir nicht dabei... Nja... Wahrscheinlich nicht... Wahrscheinlich nicht... Okay... Das ist ein Hobby für eine andere Zeit... Das ist definitiv ein Hobby für eine andere Zeit... Aber es kommt eben sehr darauf an... Also weisst du... Es gibt natürlich günstigere Orte... Es gibt natürlich teurer Orte... In der Schweiz... Platzreife ist schon eher teuer... Aha... Stimmt... Der Kollege von mir hat sich in einem Ferienresort... In der Algarve gemacht... In Portugal... Ja... Aber du musst halt zuerst auf Portugal fliegen dafür... Jaja... Aber das ist... Er hat ja dort... Er hat dort noch ein Hotel geschafft... Früher... Und hat wie soll sie alten Manager besucht... Und hat mich einfach mitgenommen... Wir haben ein Zimmer gratis bekommen... Wieso hast du denn nicht gerade... Alter... Weisst du wieso... Verzähl dir jetzt wieso... Weil ich ihn... Also... Es hat dann... Es hat drin resultiert... Dass er Platzreife ist gemacht... Ich bin verkatert... Aufgestanden... Bin an der Bar... Haben wir natürlich direkt einen geschüttet... Und bin dann... Ihn... Weil ich denke... Ich habe natürlich in meinem besoffenen Hirn... Ich habe mich nicht nachdenkt... Dass ein Golf... Dass ein Golfplatz... Eine rechte Grösse könnte haben... Und habe dann einfach mich dazu entschieden... So... In Badehosen und Flipflops... Ich gehe ihn jetzt halt suchen... Dass ich weiss... Wo er ist... Auf dem Golfplatz... Und laufe mit einem... Lauf mit einem... Halbliter Becher... Fuckin... Bacardi Cola... Lauf ich... Datschvoll... Über den Golfplatz... Und das ist ein... Peakfines Hotel gewesen... Mit einem eigenen Golfplatz... Concierge... Alles... Und halt wirklich so... Ältere... Ältere... Deutsche Herren... In... In Poloshirt... Und ich halt wirklich... Ich so... Sonnenbrille... Ich so... Und dann bin ich am Schluss... Vor zwei... Äh... Vor zwei... Ähm... Housekeeping... Vor zwei Housekeeping-Frauen... Die... Mitbekommen haben... Dass da irgendeiner über einen Golfplatz torkelt... Bin ich mit einem Caddy... Mit einem Pickup Caddy... Es gibt ja die Golf Caddies... Die hinten noch eine Ladefläche haben... Ja... Sind sie... Ich bin irgendwo auf dem... Wie nennt man das... Auf dem Drive gestanden... Auf dem Green gestanden... Irgendwo... Ich habe meinen Kollegen halt gesucht... Fairway... Ja... Und dann sind die halt wirklich... Auf den Platz gefahren... Und haben gefunden... Du musst jetzt hier einsteigen... Und ich bin halt hinten... Auf der Ladefläche... In so einem Müllsack drinnen... Mit... Wie... Wie... Rum... Cola... So... Äh... Ich habe nur meinen Kollegen gesucht... Und dann ist es so einfach... Der Kollege kommt nicht mehr auf den Golfplatz... Das ist... Golfplatzverbot, oder? Aber ich fände es... Also an den Range würde ich mal gehen... Würde wir so ein paar Bälle wegpfeffern... Ja... Der Kollege... Der reist immer in die USA geschäftlich... Und er spielt immer wenn er in San Francisco ist... Hat er seinen... Top-Golf-Platz... Ja... Er geht ran... Er bestellt sich Wings und ein Bier... Und wirklich immer... Er isst so einen Wing... Trinkt einen Schluck Bier... Und er hat halt... Er checkt wie es geht... Ich meine... Alter... To the Moon... Also ich meine einfach... Alter... Ich meine... Eine Bombe... Ein Longhitter... Du siehst das... Ein Filmzimmer... Und hinten ein Hochnetz... Und es ist wirklich einfach... Das Ding ist auf der Rakete... Und dann ist es übers... Einfach... BING... Alter... Ich würde sagen... Ein paar hundert Meter kommt das schon wieder... Ja... Nehme ich an... Nice... So... Feelgood Nummer 5... Fuck... Was ist Feelgood Nummer 5... Beziehung... Familie... Comedy... Sport... Comedy... Sport... Freizeitbeschäftigungen... Hm... So viel Feelgood... Tut es bei mir im Leben nicht... Äh... Du kannst ja auch... Irgendetwas Spezifisches... Also weisst... Jetzt hast du alles so sehr grosse... Themen genommen... Mhm... Mhm... Ich habe gedacht... Um das geht es... Ja ja... Kannst auch... Aber... Es... Kann auch etwas ganz kleines sein... Es kann... Etwas noch grösseres sein... Der Sinn vom Leben... Mhm... Da finde ich ja... Da finde ich ja... Grob am rausfinden... Der Sinn vom Leben... Ich bin mir noch nicht ganz sicher... Ob es ein Hecht fangen... Oder eine Comedy-Karriere ist... Ähm... Der Comedy-Hecht... Der Comedy-Hecht... Der Comedy-Hecht... Boah... Es war noch nie so lange still mit dir... Ja... Ist das schön... Es ist halt wirklich... Das empfeile ich jetzt gerade... Feelgood für mich... Das ist so geil... Ja... Ja... Dann lad mich doch nicht mehr... Auf diesen Scheiss-Podcast ein... Wenn du nicht willst... Dass ich rede... Du stellst mir da... Komische Fragen... Was? Aber es ist vielgut für mich... Ich öffne mich da dir... Ist doch schön... Und erzähl dir von meinem Leben... Was vielgut ist... Und komm mal ins Mund zu... Und finde... Das ist vielgut für mich... Das krankt mich schon... Das tut mir weh... In meinem kleinen Herz... Das tut mir weh... In meinem... Von hochem Blutdruck gewalten... Gestressten Herz... Feelgut... Guten Tag... Hm... Ich weiss nicht... Es ist ja wirklich so... Ich kann mir auch kleine... Kleine spezifische... Also so kleine spezifische Sachen... Wisst ihr jetzt nicht... Dass man da... Ah cool... Wenn ich aufs WC gehe... Und dann... Das ist wie so... Hey cool... Wow... Was für ein Feelgood-Moment... Das ist wie cool... Das letzte Glace... In der Kiste... Das war sie leer... Ähm... Oder... Irgendwann... 20 Nötchen finden... Das ist also ein Klassiker... Hm... Das ist mir noch nie passiert... Ich habe letzte Gage bekommen... Äh... Gage bekommen... Nein... Keine Gage bekommen... Ich habe letzte... Irgendwann... Ich bin ausgestiegen... Ich bin weitergefahren... Ich bin unter Location angekommen... Lange in den Hosensack... Um das Bargeld zu machen... Einfach 300€... Am Handy... Weisst du... So hinten... Hast du alle rausgeschmissen? 300€ verfallen... Alter... Irgendwann hat dann... Im Interregio 36... Einen goldigen Pfund gemacht... Alter... Es hat weh da... Das hat mich... Das hat schon... Das hat mich schon gestört... Feelgood-Moment... Weisst du... Wir projizieren einen in Zukunft... Weil ich weiss... Was passieren... Ich mag mich verstehen... Mhm... Der Feelgood-Moment... Wo ich mich seit viereinhalb Jahren... Darauf freue... Und ich irgendwann... In den nächsten Jahren... Möchte erreichen... Wo ne... Wo wahrscheinlich... Karrieretechnisch... Das grösste... Das grösste Ziel ist... Ist... Der Feelgood-Moment... Wo ich möchte... Dass ich ihn irgendwann dir... Dann kann erzählen... Ist... Dass ich... Äh... Dass ich eines Tages... Äh... Nur noch... Für Soloshows... Lebe... Mhm... Also... Ich habe noch gar keinen Solo... Ich bin noch angestellt... Ich mache noch... Mixedjobs... Ich mache noch Gigs nebenan... Also... Ich bin noch weit entfernt davon... Aber der Feelgood-Moment... Wo ich... Wille... Und darauf hinschaffe... Ist der... Wo ich... Äh... Bei meinem Job... Was er immer dann wird sein... Bei meinem Job... Und sage... Freundin... Ich gehe... Wo ich auf meine... Und sage... Das ist die Zahl... Die ich monatlich brauche... Dass ich... Von der Kunst... Lebe... Äh... Wo ich merke... Ich bekomme... Die Zahl... So rein... Dass es nachhaltig... Über Jahre... Oder über Monate... Über Jahre... Wird funktionieren... Und der Tag... Wo ich einfach weiss... Ich kann... Das ist jetzt... Das ist jetzt... 100% nur noch... Was ich mache... Solotour... Und äh... Und andere Bookings... Das ist der Feelgood-Moment... Wo... Wo sehr viel da oben... Die Nummer geistert... Okay... Das ist... Wie du sagst... Noch hypothetischer... So... Der Feelgood-Moment... Wo ich mich daran orientiere... Und die Fahne schaffe... Ja... Ist das... Das erklärte Ziel? Das erklärte Ziel... Das erklärte Ziel... Ist definitiv... Vor Solo-Shows... Können leben... Ja... Okay... Nicht müssen... Etwas anderes machen... Also... Mein absoluter Traum... Ist können sagen... Ich bin... Nur noch... Solo unterwegs... Schweiz, Deutschland... Whatever... Das ist ja wie egal... Aber es ist wie gesagt... Ich bin nur noch... Mit meiner Kunst... Mit meinem Solo... Äh... So unterwegs... Dass ich... Dass ich... Davon kann leben... Ja... Das wäre der Dream... Natürlich noch kleinere Sachen... Wie... Also ich hätte auch gerne... Also... Ich finde Podcasts eine super Sache... Äh... Ich habe kein Problem damit... Also ich... Eben... Bei Mixed Shows auftreten... Gebucht werden... Das ist nicht... Ich sage nicht, dass ich es nicht will... Wir müssen... Nebendran... Noch... Sachen machen... Und das ist ein Traum... Und das ist ein grosses Ziel... Und das ist... Also weisst... Ich meine... Es ist sehr... Sehr... Es ist mit sehr viel Arbeit... Und Glück... Und mit sehr viel Sachen verbunden... Aber... Das wäre das ausgekorene Ziel... Irgendwann ähnlich wie du... Einfach sagen... Schau... Ich meine... Du hast ja nie einen Job... Du bist ja nie einen angestellt... Zu einem Pensum... Nein... Aber ich... Ich würde nicht sagen... Dass ich nur von Solo lebe... Ja... Aber du lebst nur von deiner Kunst... Das ist ja... Du lebst von dem... Und du wirst bucht... Eine Schule von Mutzebecher... Ist es Kunst? Ist es Kunst? Hey... Ich weiss auch nicht... Manchmal denke ich mir schon so was... Aber ja... Das ist... Das ist erklärt der Ziel... Und... Der Traum dahinter wäre natürlich... Das so gross zu machen... Wie es nur geht... Ja... Das so... So viel... Und so oft... Und so gross machen... Wie es nur möglich ist... Ja... Das wäre das Ziel... Das wäre natürlich... Der absolute Dream... Können dann... Das... Nicht nur erreichen... Sondern vielleicht auch... Erweitern... Und vergrössern... Und... Whatever... Irgendetwas damit... Zu bewirken... Ja... Aber ja... Im Moment gerade noch... Im Moment gerade sind es noch die anderen Sachen... Die ich mache... Im Moment gerade noch in den Stollen... Ja... Im Moment gerade noch im Stollen... Und... Noch die guten Bookings abackern... Noch die guten Tollen... Aber... Outdoggy Symbil... Und so... Ey... Ich habe das Gefühl... Die kommen trotzdem immer wieder mal... Also weisst du... Es ist ja nicht so... Als hätte ich nicht solche... Ja... Und... Und lustigerweise... Ich habe... Ich habe nicht so den... Den Moment von... Wow... Den habe ich gar nicht so gehabt... Sondern ich bin wie vorher schon... In das Wasser gesprungen... Weil... Bei mir zumindest... Weiss ich... Hat es nicht funktioniert... Ich habe nicht so viel... In die Comedy... Stecken... Zum an den Punkt kommen... Wo ich sage... Oh... Jetzt... Lebe ich nur noch... Von Comedy... Sondern... Ich habe wie müssen... So... Keine Ahnung... 30%... Vorher... Habe ich schon... Muesen sagen... Okay... Jetzt... Gump ich eben... In das Wasser... Und... Wird nur noch... Von Comedy... Das ist eine komische... Aha... Ja... Also... Du hättest nicht... Sagen... Cool... Jetzt machen wir einen... Notlosen... Tollen Übergang... Genau... Von... 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 Ich muss jetzt... Jetzt ist es so weit... Und... Jetzt muss es funktionieren... Ja... Es ist dann der All-In-Moment... Der... Der wird sicher noch... Muesen kommen... Aber... Ähm... Ich bin nicht unzufrieden... Mit meinem Job im SRF... Ich finde es einen coolen Job... Ich finde es einen Job... Wo mich auch... Wie soll ich sagen... Es ist ein Job... Wo... Wo... Wo mich als Comedian schon... Doch fördert und weiterbringt... Und auch in der... Definitiv... Also ich schreibe da Jokes... Und ich mache lustige Videos... Vor der Kamera... Ich kann Acting machen... Von dem her... Ich bin überhaupt nicht unzufrieden... Mit dem... Ja... Irgendwenn wäre es cool... Die Zeit, die ich dort aufwende... Für... Nur noch Solo-Projekte... Aufzuwenden... Ja... Aber das ist... Große Zukunftsmusik... Und im Moment fehlt mir... Gar nicht... Aber gar nicht... Aber wenn ich denke... Der Feelgood-Moment... Wenn ich jetzt... Wenn ich ihn könnte noch dazu... Dazu... Zauberen... Wäre es der Feelgood-Moment... Wo ich kann sagen... Ich... Ich habe nur noch die Termine... Sozusagen... Nur noch die Termine... Wo ich mir selber ausgesucht habe... Ja... Nur noch die Bookings... Nur noch die... Äh... Das macht's... Beim Alain Frei ist das Gleiche... Alter... Der Alain ist eben in Zürich aufgetreten... Und er ist einfach... Es ist... Es ist ein... Es ist ein anderes... Du kannst keine Mixed-Show... Du kannst kein Booking mit dem vergleichen... Weil er kommt raus... Und jede Person, die dort sitzt... Ist freiwillig... Wegen ihm... Die wollen das sehen... Und das ist dann auch... Das ist dann auch die Energie, die entsteht... Ich muss aber ehrlich sein... Es gibt ja auch die Gigs... Auch wo ich Solo spiele... Ich weiss noch einen... Wo du gesagt hast... Das ist einfach nicht mein Publikum... Und dann musste ich dir sagen... Das ist im Fall auch nicht mein Publikum... Das sind einfach irgendwie... Neugierige Leute... Wo? Du darfst nicht sagen wo... Aber... Ich weiss nicht genau wo... Aber es hat dir gegeben... Es war ein echtes Baumwollefeld... Auf jeden Fall... Mhm... Ja... Hey, schau... So... Das gibt's auch... Und das ist dann umso absurder... Weil das... Das ist so eine... Das ist so eine komische... Äh... Kopfbums-Geschichte... Wo du so denkst... Krass... Es sind irgendwie... Da hat das jetzt... Ich glaube 120 Leute gesehen... Ja... 120 Leute haben ein Ticket gekauft... Zu mir gesehen... Ja... Aber sie sind nicht wirklich... Zu mir gesehen... Weisst du was ich meine? Ja, ja, ja... Sie sind noch nicht sold... Genau... Sie hören ja nicht den Podcast... Jede Woche... Sie sind nicht hardcore... Sie sind nicht um... Wir sind Mutzis... Woooo... Also sie sind so... Okay... Was... Was passiert jetzt genau? What is happening here? Ja... Und Bernhard Theater ist... Ein bisschen anders... Das ist so... Ja... Und das ist irgendwann... Also der Dream wäre tatsächlich... Irgendwenn können... Auf diesem Level... Äh... Das... Regelmässig können... Auch mit einer Qualität... Mit dem Anspruch an mich selber... Können sagen... Ah... Ich bin irgendwann fähig zu sagen... Weiss auch nicht was... Doch... Du bist jetzt im Zwei-Jahres-Cyklus... Ja... Das ist auch ein... Das ist ein Skill, den man muss haben... All zwei Jahre mit neuen... 60 bis 90 Minuten rauskommen... Das musst du... Also das musst du mal schaffen... Das ist eine Frequenz... Und... Dort... Mir die Skills anzueignen... Zum sagen... Ich weiss, wie man innerhalb von zwei Jahren... Ein neues Programm schreibt... Ich weiss, wie mein Programm ausarbeitet... Ich weiss, wie man... Ich weiss, wie man als Solo-Künstler auftritt... Das sind alles Sachen, die ich noch nie gemacht habe... Und der Feel-Gut-Moment, den ich mir wünsche... Ist irgendwann sagen... Ich weiss jetzt, wie das geht... Ich kasse... Ich komme mit dem klar... Und das funktioniert... Das ist der Dream... Das ist so... Das ist wirklich so... Das habe ich mir damals gesagt... Als ich angefangen habe... Als ich mich entschieden habe... Ich möchte das als Karriere machen... Ja... Das ist das Ziel... Das Ziel ist dann... Das Ziel ist dann... Ich zahle jede Rechnung... Nur von... Nur von Comedy... Ja... Das ist lustig... Weil das habe ich nie als spezifisches Ziel gehabt... Und du... Ich finde es mega schön, das zu hören... Das wäre ja jetzt ein Moment... Gerade würde ich meine Handy-Rechnung zahlen... Und dann wäre es vorbei... Wenn ich nur von Comedy... Ah nein... Aber... Wenn ich jetzt würde... Alle Rechnungen von Comedy zahlen... Dann würde ich bei Wingo... 24,90 im Monat zahlen... Und dann wäre ich im Fall fertig... Also... Ich brauche diesen Job beim SRF... Definitiv... Und vielleicht... Vielleicht noch... Ein Trambilett... Vielleicht noch ein Trambilett... Hast du ein U-Abo oder so... Ich habe ein Geher... Ja... Voll geil... Nicht schlecht... Nein... Darum sage ich... Es ist ein viel guter Moment... Der weit in der Zukunft ist... Weil... Alle Rechnungen von Comedy zahlen... Ist halt wirklich... Da wäre ich bei der Gassenkuchen... Am Arsch da... Aber eben... Irgendwie... Ich probiere mich jetzt... Gerade zurückzudrinnen... Aber ich hatte es gar nicht... So bewusst als Ziel... So... Und jetzt mache ich nur noch das... Und... So wahrscheinlich wie du mit dem Fischen... Einfach so... Hey... Jetzt ist es halt einfach so... Und... Und... Bei mir ist es dann mehr so gesehen... Das habe ich schon ein paar Mal... An dem Pod erzählt... Aber ich habe ja dann mal... Unter anderem mit dem Claudio... Ein Gespräch gehabt... Wo dann mir gesagt hat... Das allererste Mal... Weil ich so ein bisschen... Unzufrieden gewesen bin... Also... Das allererste Mal... Du kannst von diesem Leben... Und erst dann habe ich so... Ah... Shit... Stimmt eigentlich... Weisst... Aber es hat so wieder... Moment gebraucht... Das ist crazy... So... Mein Ziel war immer... Ein Soloprogramm zu haben... So absurd... Wirklich einfach so... So richtig so oldschool... Ich will ein Soloprogramm haben... Ich habe nicht mal... Mir überlegt... Ob ich mit dem Geld verdienen... Oder was weiss ich... Sondern ich habe so fest den Wunsch gehabt... Ja... Aber das geht über mir Hand in Hand... Also ich will ja... Also das ist bei mir so ein bisschen... Verbunden... Weil ich will ja nicht ein Soloprogramm haben... Und es dann vor niemandem spielen... Genau... Also ich will ein Soloprogramm haben... Und das Geld ist... Also das Geld ist wie so nur... Der Grund warum ich das mit Geld verdienen... In Verbindung bringe... Ist nicht weil ich will Geld verdienen... Sondern weil ich will können sagen... Du machst nichts anderes... Ich mache nichts anderes... Ich kann mich zu 100% auf das fokussieren... Ja... Ich kann das Soloprogramm vortragen... Und ich habe Zeit und Kapazität... Durch das... Dass genug Leute das sehen wollen... Habe ich Zeit und Kapazität können sagen... Und ich kann mich nur auf das fokussieren... Also das Geld ist nur... Das Geld ist bei mir nur ein Mittel zum Zweck... Um das zu enablen... Ich habe nicht... Ich denke nicht an Solo... Und dann an Dollarzeichen... Und dann denke ich mir so... Ich mache es zum Geld verdienen... Weil... Also wenn ich so denke... Also... Jesus Christ... Das wird nie... Also das ist... Viel Spass... Ah du willst mit Kunst Geld verdienen... Go fuck yourself... Das ist halt wirklich so... Das ist sowieso nicht... Also das ist sowieso absolute Utopie... Aber ähm... Ist Utopies ein richtiger Wort? Ja wahrscheinlich schon... Es ist utopisch auf jeden Fall... Und... Ich denke... Darüber habe ich eine ähnliche Gedanke wie du... Wenn ich sage... Ich will ein Solo haben... Im Sinn von... Ich will mit dem Solo... So auftreten... Dass ich nebendran noch 3 Jobs brauche... Und eigentlich das Solo nie fruchtet... Und nie abhebt... Sondern ich will... Eigentlich... Dass das Solo sich... Einfach das... Dass das... Das nächste Solo... Und das... Das nächste Solo... Und das nächste... Und das nächste... Und irgendwann habe ich 5 wie du... Und äh... Das ist so... Das ist Feelgood... Das ist der Feelgood... Was ich mir jetzt schon vorstelle... Um mich da orientieren... Mhm... Also ich... Ich verstelle mir es jetzt schon vor... Ohne dass es... Jetzt schon ist... Und hast du konkrete Schritte... Bis dahin... Hast du... Hast du so eine Vision Board... Wo du dir irgendwie... Nein... Nein... Ich habe natürlich noch nichts Konkretes... Weil ich bin ja die ganze Zeit angeln... Ich würde... Du so als Strichmännchen... Mit so einem viel zu grossen Kopf... Ja... Viel zu langen Kopf... Ja... Habe ich auch ohne Strichmännchen... Viel zu grossen Kopf... Der Kopf ist auf jeden Fall... Mein Kopf ist natürlich... Auf jeden Fall... Mein grösster Asset... Ähm... Ich bin tatsächlich jetzt... Am... Jetzt... Am konkreter... Planen... Am konkreter... Darüber nachdenken... Und ich kann... Fuck it... Kann es jetzt sagen... Ich kann es sagen... Weil es ist noch nichts Konkretes... Aber es ist... Nein... Aber der Plan ist nächstes Jahr... Der Plan ist nächstes Jahr... So viel kann ich sagen... Der Plan ist nächstes Jahr... Das muss sich jetzt etablieren... Also das ist sehr... Das ist eine sehr junge Idee... Wenn es... Wenn es... Wenn es... Termin technisch nicht klappt... Dann kann ich natürlich... Nicht machen... Aber ich... Mein Ziel ist... Mich jetzt anzusetzen... Und sagen... Nächstes Jahr... Kommt das... Und dann schauen wir weiter... Aber das ist... Ich glaube... Conor McGregor... If you have... If you can see it... Here... And you have to... Courage enough to speak it... It's gonna happen... Und äh... Darum... Sag ich es wie hier... Achieve believe... Halt... Achieve, conceive, believe... Shut the fuck up... Oh boy... Aber das ist so... Darum sag ich es jetzt hier... Weil wenn ich mir denke... So fuck... Jetzt habe ich es doch gesagt... Jetzt muss ich auch... Jetzt habe ich auch so ein bisschen... Sehr gut... Wir haben es jetzt... Wir haben es jetzt im Kasten... Wenn es nächstes Jahr nicht passiert... Wie die da... Großen des Todes... Ähm... Es geht auch so ein bisschen... Ein bisschen auch um Manifesting... Ich sage es jetzt... Damit ich es ins Rolle bringe... Ja... Nächstes Jahr... Nächstes Jahr kommt es... Sehr gut... Nächstes Jahr ist ja auch lang... Also weisst... Nächstes Jahr... Ich habe zwei Termine im Dezember... Und dann machen wir Pause... Ja... Am 30. Dezember 25... 30. Dezember... Wir machen eine Neujahrsparty... Und ich mache dann ein Preview... Von meinem Solo... Halbsolo... Ich mache dann 15 Minuten Comedy... Und dann wird gesoffen... Nein... Nächstes Jahr... Das ist der Plan... Äh... Es ist wirklich... Das ist das... Wo ich dir jetzt sage... Ich finde es geil, dass du machst... Und es ist vor allem... So wichtig... Dass man es einfach mal macht... Weil ich habe das Gefühl... Je länger man sich das so... Als Hürde... Vor sich hanschiebt... Ja... Desto mehr wird es ein Hügel... Irgendwann wird es ein Berg... Und irgendwann ist es so... Oh... Und... Ähm... Ich... Ich weiss das... Bei einem... Kollege von mir... Wo bis heute... Ich glaube noch... Keine Sekunde Stand-Up gemacht hat... Und ich schwöre dir... Wenn der... Wenn er sich das erste Mal überlegt hat... Das zu machen... Vor... Was soll man sagen... 16 Jahre... 17 Jahre... What?! Yes... Ich schwöre dir... Wenn er... Wenn er dort wirklich angefangen hat... Wäre der... Jetzt der... A fucking Juggernaut... Ja... Würde er heute... Mit mir am OpenAge... 5 Minuten machen... Nein... Nein... Juggernaut... Im Sinne von... Big... Yes... Der hat bis heute keine Comedy gemacht... Wie alt ist er? Jetzt ist er... Ja... So Mitte 40... Anfang 40... Hörst du das da? Äh... Maybe... Also wir haben auch schon viel über das geredet... Und... Aber wir sind namentlich erwähnt werden... Aber... Nein... Hey... Falls du das hörst... Falls du das sehst... Ähm... Wann kommt das da raus? Kommt es noch im Juni raus? Jaja... Ich habe bis Ende Juni... Jeden Mittag um halb acht... Für dich... Ein Spot... Kannst du so lange machen wie du willst... Kannst du so viel machen wie du willst... Äh... Wir fangen im September wieder an... Nimm dir Finger aus dem Vordi... Come... And do it! Come and do it! Sehst du? Und genau das... Ist das gleiche mit einem Solo... Kann man do it! Je früher man das einfach mal hinter sich hat... Kannst du meine Nummer... Kannst du ihn im Gruppenchat einladen... Im Balz Gruppenchat einladen... Das sollen wir doch fünf Minuten machen! Mit 45 ist noch nicht spät! Absolut! Mit 45 ist noch nicht spät! Aber man hat genug Live-Experience... Dass er so funniest fuck ist... Von der Live-Experience her... Und das letzte Mal... Und das letzte Mal wo wir geredet haben... Ich habe schon wieder gesehen... Ja... Jetzt langsam... Weisst du jetzt... Jetzt bin ich langsam... Das Ziel ist jetzt langsam... Und ich weiss... Er hat früher schon... Er hat zum Teil schon Termine gehabt... Irgendeine Location gebucht... Und dann hat er irgendwie... Zwei Wochen vorher gesagt... Hey Dude! Nein! Doch nicht! Du musst gar nichts buchen! Komm zu mir im Balz... Unser Open Mic... Jeder Mittag um halb acht... Du kannst mir bis... Du kannst mir bis eine halbe Stunde vorher schreiben... Komm vorbei! Ich meine es ernst... Komm vorbei! Ich glaube so fest... Wenn du sagst... Der Dude ist eine Maschine... Wenn du ihn kennst... Du checkst es... Dann wäre es mega schade... Wenn er es nicht würde machen... Das sage ich auch immer... Das ist immer sehr schade... Wenn Leute Comedy-Potenzial haben... Und es nicht machen... Mhm... Ja... Pack... Komm... 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 Wir nähern uns dann im Backstage näher kennen... Du und die... Das denn... 45-jährige Männer... Das ist genau mein Boy-Dashirma... Das klingt schwierig... Boy oh Boy... 45-jährige Männer... Das ist genau... Dort bin ich mittlerweile... Das ist was ich möchte... Das ist was ich möchte... Ja... Gut... Feelgood Sex... 45 Jahre... Feelgood Sex... Das sind reiche Männer... Das sind reiche Männer... Das sind reiche Männer... Mitte 40... Die einen Porsche 911 fahren... Und einen 3-Tage-Bad haben... Und noch einen 6-Pack... Weisst du was ich meine... So... 10 Stunden und Tage arbeiten... Dann ins Fitness... Das ist was ich will... Aber wo lehrst du dich kennen? Hey... Im Primetower... Im Primetower... In so einer schlechten Bar... Im Primetower... Ja ja... Mit so einem... 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 Mein Ziel ist... Irgendwann dich alle selber zu zahlen... Aber bis dann... Guck... Das wäre... Das wäre die Kombination... Das... Ein Sugar Daddy... Dass du jemanden hast... Ja... Wer alle deine Rechnungen zahlt... Damit du auf deinen Ruhe kannst... Dein Solos... Hey, schau, ich habe noch nie mit meinem Mann, aber ich bin offen für Angebote. Angebotter? Angebotter. Angebotter. Wenn ich wegen dem auf Solotour hatte, weisst du, ich meinte, hey dude, call me. Wenn du 50 bist und dir ein Fussballklub in Saudi-Arabien gehört, können wir reden. Es muss money sein. Es muss money, money sein. Dann reden wir. Ah, nicht so in der Schweiz. Ich habe mal eine easy Fensterfirma oder so. Ja, was für eine Fensterfirma? Also ich sage mal so, wenn dir die Emschemie gehört, wenn wir auf dem Level Emschemie reden, weisst du, ich meine, wenn du, wenn wir am Wochenende Wellness im Bürgerstock machen und Brunchen, das ist so, da kann man schon reden, kann man schon reden. Wenn man ein Privatflugzeug für 80 Millionen hat, wo man in der Weltgeschichte rumfliegen und ich kann jedes Auto fahren und ich will, um an meinen Solotermin vor sieben Lücken zu spielen, dann ist es okay. Dann ist es okay. Dann ist es okay. Dann ist sicher erfüllt das Leben. Dann, ja, wow, bin ich dann erfüllt. Wow ist dann auch meine Freundin zufrieden mit unserer Beziehung. Uiuiui. Matteo, du bist nur noch mit ihm unterwegs. Du bist nur noch mit ihm unterwegs. Du bist nur noch mit dem Scheich. Ja, mit dem Scheich unterwegs. Wenn der Scheich ruft, dann muss ich gehen. Ja. Aber weisst du, dafür ist meine Kunst am Florieren. Schön. Good Lord. In a different life vielleicht, ja. Einmal mehr. Schön gesehen. Es war jetzt schwierig für dich, über positive Sachen zu reden. Ja, ich musste schon sehr fest, wie soll ich sagen. Ich musste schon konzentrieren. Ah, shit. Aber we win or we learn, oder was sagt der Coach Kavanagh? Coach Kavanagh. We win or we learn. We win or we learn, you know. Ich muss sagen, mittlerweile kann ich sagen, er hat viel gelernt. Oh, you're learning, Alter. Ah, der Conor und der Johnny Walker sind viel am lernen, Alter. Wirklich ganz viel am lernen. Aber der Fight ist an. Sie haben vor zwei Tagen Preview-Post. Hast du ja gesagt. Also irgendwas mit der Pressekonferenz komisch gesehen. Hast du ja gesagt. Ich glaube, der Conor macht natürlich recht. Conor macht, glaube ich, Mindgames mit so Pressekonferenz absagen und so. Der Faxe. Wahrscheinlich schon. Also weißt du, der Chandler ist wahrscheinlich auch der Chandler nach Dublin geflogen. Wollen wir das Gespräch weiter führen, wenn wir da aufgehört? Jojo. Hey, darf ich noch pluggen? Hey, plug, baby. Ja, jeden Mittag bald. In Basel ist das Open Mic. Wie gesagt, you heard it here first. Nächstes Jahr kommt es Solo. Inschallah. Und ansonsten folgt mich auf Instagram. Wir haben noch einen Termin dieses Jahr. Den freue ich mich ganz, ganz, ganz fest. Der ist noch nicht offiziell. Noch nicht offiziell. Wir haben noch einen sehr starken Termin, du und ich, wo man uns in Kombination sieht. Dude. Sobald er announced ist, das wird... Das ist eins von den Highlights. Wir kriegen den im Kalender dieses Jahr. Eins von den Highlights. Für mich auch. Eins von den Highlights. Wirklich? Oh, ja. Nebenbühne Tomorrowland. Ah, fuck, habe ich es gesagt. Alter, nach dem... Nach dem Martin Garrix. Ja. Vier Jahrmorgen, alle haben geholfen. Und ich so, hey, feel good. What's up? What's up tomorrowland? Are you ready to jump? Ich nebendrasse. Weisst du wie? Hey, und falls es irgendeine MMA-Organisation, Kampfsport-Organisation? Das meinen wir ernst. Ja. Das würden wir machen. For free. For free. MMA-Kommentieren. 100%. Aber ich hätte gerne die Mikrofone. Alter, die Formel 1-Mikrofone. Ja. Wo aussieht, als hättest du ein kleines Dölfschneuzel. Weil du musst ihn genau da anheben. Nein, ich bin schon ein Headset. Das finde ich nicht komisch. Nein, also das würde ich effektiv for free machen. Und natürlich, man kann es nicht ernst nehmen. Aber es wäre vielleicht sogar lustig, wieder zwei Comedians das zu kommentieren. Und man kann es sich wie optional den Kommentar geben. Das wäre eine Bombe. Ich würde es sehr gerne machen. Das wäre eine Bombe. Ich fände es wirklich cool. Also ich würde mir auch Mühe geben. Ich würde mir nicht darüber lustigen. Ich würde mir Mühe geben. Und du glaube auch. Clip das. Schicksal deiner Buddies. Und dann kriegt man das an, dass wir irgendeinem in Saint-Légier bei Lausanne. Es war so geil. Ich meine es total ernst. Es wäre ein Dream für mich. Es wäre ein absoluter Dream für mich. Ich meine es ernst. Wirklich, wirklich, wirklich ein Dream. Es war super geil. Es war super geil. Oder irgendeinem im tiefsten Wallis, wo sie auf irgendeiner Cage... Was in der Schweiz sehr gross ist, ist wirklich so die K1 Thai-Box-Fights. Das gibt es jedes Wochenende mehrmals. Voll. Also das ist wirklich grösser als MMA. Ja. Im einen Gym. Der eine, die bei uns kämpft im Fall jeden Monat. Anti-Hook paved the way. Unglaublich wie gross Kickboxen und Thai-Boxen ist in der Schweiz. MMA kommt langsam. Ja. Aber es ist wirklich... Also Kampfsport... Du kannst jedes Wochenende an 10 verschiedene Kickbox-Veranstaltungen in der ganzen... Mehr als 10. Ich würde sagen mehr als 10. Es knallt jedes Wochenende irgendwo. Und MMA ist wie so... Die grösseren Events sind so ein paar Monate mal... Am 14. Dezember ist es im Hallenstadion. Ja, wirklich. Ich bin mal in der Jockeli Halle etwas gesehen. Ja. Und es war ein erschreckendes Niveau gesehen. Ja, das ist wie so die... Es gibt ja einmal im Basel, im Grand Casino, gibt es einmal im Monat in Basel die... FNC... Nein. HFC. Hard Fight Championship oder sowas. Ja. Und das sind alles Profikämpfe, glaube ich. Zwölf Profikämpfe. Und dort ist das Niveau teilweise schon wirklich... Also es ist einer, wo sie wirklich einfach schwingen. Und dann einer, wo das Niveau recht okay ist. Aber dort ist auch... Also das Niveau ist dort wie... Du kannst nicht sagen, es ist immer das gleiche. Ja. Weil dort kommen halt wirklich Leute... Also die meisten sind Franzosen, die dort kämpfen. Und dort gibt es teilweise wirklich eine grobe Schlägerei. Und teilweise sind es auch Missmatches. Also die Eivis sind wirklich so... Die gehen 30 Sekunden und einer wird einfach gesleebt, Alter. Ich bin dort zwei oder dreimal gewesen und... Das ist lustig, weil es halt einfach spektakelisch ist. Ja. Aber du kannst nicht vergleichen mit... Bellator Europe, PFL. Es ist noch ein bisschen mehr... Es ist noch ein bisschen mehr grob. Grobgehörnig. Aber die sind lustig. Aber die kannst du einfach nicht so gut kommentieren, Diveis. Nimm ich an. Ja. Das wäre kein Problem. Schwingen die? Schwingen die? Nein, es geht eher darum, weil halt wirklich alle Leute sitzen Cage-Side und der Lärm da drin ist unbearable. Also unbearable. Das ist crazy. Ähnlich wie sonst der Lärm in deinem Kopf. Dude. Ja. Das kommt gut an. In meinem Kopf ist schon eine rechte MMA-Veranstaltung immer. Muss ich mich angeln. Dann bin ich hoch fokussiert und darf fahren. Und Jiu-Jitsu. Das ist ja dumm. Da mache ich diese Sachen. Ja. Weil sie so schwierig sind, dass ich in dem Moment an nichts anderes denke. Das ist schön. Es ist auch wichtig, dass man so etwas hat. Ich bin ein Wichsen. Was? Okay. So. Dann danke ich dir vielmals, bist du da gewesen. Danke, habe ich durften, Dosi. Immer eine Freude. Weiterhin viel Erfolg. Wir haben noch einen grossen Gig. Das wird super geil. Dir auch. Und ja, du bist eh bald wieder da. Danke, Christoph. Und ähm... Ah, das mache ich heute noch nicht. Nachrichten von euch werden noch beantwortet. Wird nächstes Mal passieren im Pod. Machen wir dann. Alles Liebe. Bis bald. Bis es. Bye-bye-di-bye. Ah, jetzt schon Stopptruck. Da ist schon... Sollte ich schon raus. Fuck that shit. Feuer oben. Boo eco club. Da uste erstmal stir zu... Locribingst du hoch. Ja, das war ganz gut. Wir sind los! the best. Solltehä therapists. Bis zum nächsten Mal.